Ich kann es auf jeden Fall sehen. So, okay, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf jeden Fall auf einem neuen Livestream, zu einem neuen Livestream auf meinem Kanal. Herzlich willkommen auf jeden Fall, Leute. Heute gibt es einen ganz besonderen Special-Stream und ich sehe gerade einfach, mein Controller funktioniert nicht. Alles klar, Leute, das funktioniert schon mal sehr gut. Heute gibt es auf jeden Fall einen speziellen Livestream und zwar heute wird es nämlich Avengers gegen Siren Head geben. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle gehypt seid, Leute. Vergesst nicht, auf den Support auch gerne ein Like dazulassen. Ich gehe jetzt schon mal in die Teilhansicht rein, denn, Leute, es geht heute um eine ganz besondere Kreatur und zwar... Hoffentlich, Leute, funktioniert der Controller jetzt und... Jawohl, Leute, es funktioniert. Wir sind nämlich heute in GTA 5 als Captain America unterwegs und wir werden heute verschiedene Avengers spielen. Und unsere heutige Aufgabe ist es, Leute, gegen Siren Head zu kämpfen. Ich hoffe, Leute, dass ihr alle dabei seid. Genießt auf jeden Fall den Stream. Es wird ein sehr, sehr langer Stream werden, Leute. Dieser Stream wird auf jeden Fall sehr, sehr lang werden. Er wird circa zwei bis drei Stunden, Leute, gehen. Ich hoffe, dass ihr euch das auf jeden Fall gönnt. Und falls ihr halt nicht die ganze Zeit dabei sein könnt, dann könnt ihr euch den Stream gerne natürlich auch im Nachhinein anschauen, Leute. Morgen oder wann auch immer. Der Stream bleibt auf jeden Fall auch online. Auf jeden Fall vielen Dank für jeden Einzelnen, der jetzt schon im Livestream-Chat dabei ist und auch an das eine Mitglied, das dabei ist. Ich konnte den Namen jetzt gerade leider nicht sehen und ich kenne mich gerade noch nicht so gut aus. Aber wir sind heute, Leute, als Captain America unterwegs und wir können schon einige Leute hier sehen. Zum einen haben wir hier Dr. Strange am Start. Dann haben wir natürlich auch noch Spider-Man und keine Sorge, all diese Personen, die ihr gerade sehen könnt, die werden wir auch spielen, sollten wir es im ersten Versuch nicht schaffen, ja, Siren Head, sagen wir mal, zu erledigen. Deswegen haben wir hier mehrere Versuche. Dann haben wir zum Beispiel auch den Hulk, der ist schon ordentlich am Trainieren, muss man sagen. Also er zieht auf jeden Fall richtig durch. Und wir haben natürlich auch noch Leute, das ist ein bisschen kritisch, das ist auch top secret, deswegen, oh mein Gott, Leute, wir haben schon fast 1000 Likes auf diese Episode. Was ist bei euch los? Vielen Dank für euren Support. Dann haben wir ebenfalls auch noch Iron Man, Leute. Und der liegt hier sehr geschwächt, ne? Denn er hat den letzten Kampf gegen Siren Head, er hat ihn nicht geschafft. Und er muss sich auf jeden Fall ordentlich ausruhen. Da geht auch schon die erste Mitglieds-Donation rein. Stefan Kointke, Dankeschön dafür, äh, herzlich willkommen bei VIP-Mitglied, ich weiß gar nicht, wie wir uns nennen. ID-Gang? Wir sind auf jeden Fall, Leute, die ID-Gang, Leute. Und ganz wichtig, bevor wir mit dem Kampf gegen Siren Head starten, ähm, noch eine kleine Sache, Leute. Und zwar, dieser Stream wird gesponsert von Raid Shadow Legends. Ähm, checkt das Spiel gerne aus, Leute, falls ihr mich und meinen Kanal feiert, äh, wahrscheinlich mich und meinen Kanal, falls ihr auf jeden Fall mich supporten wollt, Leute, dann könnt ihr über den Link in der Beschreibung oder alle fünf Minuten über den Chatbot euch gerne Raid Shadow Legends, Leute, auf dem PC herunterladen. Nutzt dazu einfach den Code, den ihr da eingeblendet seht, also einfach den Link draufklicken und spielt das Fünf-Minuten-Tutorial durch, Leute. Also registrieren, Fünf-Minuten-Tutorial durchspielen und dann seht ihr hier unten, Leute, so einen Zähler. Und dieser Zähler zeigt nämlich an, wie viele Leute dieses Spiel sich da registriert haben und das Tutorial gespielt haben. Und wir machen das folgendermaßen, denn wir werden, Leute, bei einer gewissen Anzahl von Personen, die sich bei Raid Shadow Legends anmelden oder eine Einzahlung tätigen und, äh, werden wir Verlosung machen. Für euch alle, Leute. PSN-Karten-Verlosung, Amazon-Gift-Kart-Verlosung, je nachdem, Leute. Also auf jeden Fall ist da etwas dabei, deswegen checkt gerne, Leute, Raid Shadow Legends über den Link in der Beschreibung raus, spielt das Fünf-Minuten-Tutorial durch und ihr seid Teil von der ganz großen Sache. Sei mal, Matthias, Dankeschön für den VIP-Erstemal. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen erst einmal direkt in die Stadt von Los Santos, aber bevor wir das machen, schauen wir uns natürlich auch noch die Bude von Iron Man an. Und, äh, ja, Leute. Wie gesagt, jetzt hat der Stream-Elements-Bot reingeschrieben, Leute. Ladet euch Raid Shadow Legends über den Link herunter, Leute, und spielt das Fünf-Minuten-Tutorial durch. Ihr werdet wissen, wann das Tutorial durchgespielt ist, wenn diese Frau euch keine Befehle mehr gibt, sondern wenn ihr die Freiheit habt, selbst zu entscheiden. Und wir werden, Leute, dieses Spiel ebenfalls auch am Ende des Streams dann auch spielen. Eine Stunde lang werden wir Raid Shadow Legends spielen. Danke für, Yannick, für ein Euro im Super-Chat. Vielen, vielen Dank. Und ich sehe gerade, da geht noch eine Donation rein. Die wird auf jeden Fall uns jetzt auch gleich angezeigt. Und, Leute, danke auch an 2000 Zuschauer. Was geht bei euch ab, Leute? Ich bin schon sehr, sehr gehypt. Night Live Feel Gaming 1, danke für 3,23 Euro. Vielen, vielen Dank. Und, Leute, wie gesagt, falls ihr meinen Kanal supporten wollt, ihr müsst nicht unbedingt donaten, dass alles, was ausreichen würde, ist, wenn ihr euch Raid Shadow Legends über den Link in der Beschreibung runterladen würdet und das Fünf-Minuten-Tutorial durchspielt. Aber ja, wir gehen erst einmal heute durch unsere Basis, beziehungsweise durch Iron Mans Basis. Und ihr könnt schon sehen, wie cool diese ganzen Bilder aussehen. Und was es hier für ein nicest Ding ist. Wer hat jetzt gerade donatet? LP mit Luck. Äh, danke nochmal für VIP wie Mitglied. Ich wusste gar nicht, dass alle jetzt plötzlich Mitglied werden wollen für 99 Cent. Vielen Dank, Leute. Also, ich hab das einfach so eingeführt, dachte mir, ist eine coole Sache. Und jetzt rastet der Chat komplett aus. Alles klar. Tim Kaufmann, danke nochmal für 2 Euro im Super-Chat. So. Und ich bin auch gespannt, Leute, wann der Counter für Raid Shadow Legends dann hochgeht. Es dauert natürlich ein bisschen und man muss so Tutorial auch noch durchspielen. Ähm, das kann also ein bisschen verzögert sein. Deswegen, Leute, gerne aktiv mitmachen. Und ich würde sagen, wir machen uns das erste Ziel, Leute. Und zwar, falls wir die ersten 10 Registrierungen machen. Die ersten 10 Registrierungen. Also, wenn bei Warriors gleich von 210 steht, werde ich die erste 10 Euro PSN-Karte auf jeden Fall verlosen. Auf meinen Nacken. Für den Support. Wenn ihr mich supportet, supporte ich euch auch, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen aber jetzt erstmal raus. Nehmen die Avengers natürlich gerne mit uns mit. Und dann geht's auch gleich, Leute, in den Kampf. Denn wir haben auch verschiedene Superhelden aktiviert. Und, oh mein Gott. Ich komm mir gar nicht mal hinterher, Leute. BW, danke für den Sponsoring, für das VIP. Vielen, vielen Dank, Bruder. So, Moment, Leute. Ich bin, äh, zu viel, äh, zu viel trocken. Ähm, muss erstmal ein bisschen was trinken. So, Skiz, danke nochmal für den VIP. Vielen, vielen Dank, Bruder. So. Okay, Leute. Wie machen wir das? Wir haben auf jeden Fall genug Zeit, Leute. Gegen Siren Head zu kämpfen. Und ihr wisst natürlich, um wen es geht. Siren Head, Leute. Ihr wisst es, Leute. Ihr wisst es auf jeden Fall, ähm, wen ich hier meine. Und zwar ist es nämlich dieser kleine Kollege. Hört ihr es, Leute? Ich weiß gar nicht, ob ihr es hören könnt. Hört diesen Kollegen, Leute? Es geht um diesen Kollegen. Es geht um diesen Kollegen, Leute. Den werden wir heute tatsächlich, ähm, versuchen zu eliminieren. Sebastian Fischer, danke für das Sponsoring. Und Siren Head ist wirklich komplett in Los Santos da. Äh, Stefan Klontke, danke für 5 Euro. Äh, besser YouTuber, bester Mann. Coole Videos, mach weiter so. Vielen, vielen Dank, Bruder. So, okay. Ich frage mich gerade, wo wir sind. Äh, wenn wir hier runtergehen. Kommen wir dann zu Iron Mans Geheimer Basis oder so? Oh mein Gott, Leute. Das sind seine verschiedenen Anzüge, die wir sehen können. Nice. Stefan Klontke, danke für 5 Euro. Das habe ich, glaube ich, gerade schon vorgelesen. Und hier sind die verschiedenen Anzüge von Iron Man. Und hier, Leute, haben wir sogar, warte mal kurz. Oh, oh. Ich glaube, da kommt schon die nächste Donation. Nightlife Gaming, nochmal danke für ein Eure im Superchat. Vielen Dank. Was geht bei euch ab, Leute? Was geht bei euch gerade ab? Ist das Vision? Leute, ich glaube, das ist Vision, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da gerade mehr Fehler mache. Aber ich habe den in Avengers gesehen. Armin Kuhl, danke für den VIP. Oh, oh mein Gott. Erstmal beruhigen wir uns, Leute. Erstmal beruhigen wir uns. Okay, Leute, wir gehen jetzt erstmal in den Kampf. Ich denke, wir können uns jetzt schon mal vorbereiten, dass wir jetzt so richtig loslegen. Und ich weiß gerade nicht, die Avengers sind ein bisschen reduziert, muss ich sagen. Also es gibt natürlich noch eine Reihe von verschiedenen. Wir haben noch Nick Fury, wir haben Black Widow und so weiter. Aber das sind die ersten, die wir natürlich hier am Start haben. Und ich werde das natürlich auch mit Mod-Menüs machen. Ich bin jetzt allerdings gespannt. Wir gehen als Captain America vor, Freunde. Und wir schauen erst einmal, ob Siren Head wirklich existiert in Los Santos. Vielleicht war das Ganze ja nur ein Fehleralarm. Vielleicht hat er ja schon Los Santos längst verlassen. Wir wissen es nicht, Freunde. So, okay. Ich hätte jetzt gesagt, am besten schauen wir einfach mal kurz rein. So, Bekannten-Test. Danke für den VIP. Vielen Dank, Bruder. Dankeschön. So, Bruder. Du kannst aber auch ein bisschen schneller laufen. Obwohl, Moment mal kurz. Ich muss die Superkräfte aktivieren. Das habe ich voll vergessen, Leute. Wir machen jetzt die Superkräfte aktiv. Nicht über das Rampage-Mod-Menü. So. Okay. Jetzt geht's. Leute, ich habe so viele Mod-Menüs. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Genießt den Stream natürlich. So. Wir machen jetzt Default Player und Enable Powers. Okay. Hat funktioniert, Leute. Wir haben jetzt den Schild von Captain America ausgerüstet. Und natürlich auch unsere Superkräfte. Oh, ja. Das ist ein Tempo, Leute. Das ist ein Tempo, mit dem können wir auf jeden Fall arbeiten. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Los Santos und schauen uns an, Leute, ob der Siren Head da ist. William Treiber, Dankeschön für 1 Euro im Super-Chat. Da hinten ist schon mal ein kleines Verbrechen, das da abgeht. Auf 360, 300 Meter Distanz. Da hinten geht irgendwas ab. Irgendwas komisches. Ey, yo, 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 yo. Bruder. Bruder. So war das. Oh, nein. Komm schon. Komm schon. So. Okay. Die werden nicht jetzt fertig. Mal pass mal auf. Bam, Junge. Bam. Mit dem Schild, Leute, von Captain America. Und let's go, Alter. Let's go. So muss das sein. Perfekt. Perfekt, Leute. Okay. Super. Läuft toll. Alles klar. Oh, mein Gott. Was war das gerade, Alter? Was war das gerade? Yo. Oh, mein Gott. Okay, Leute. Captain America hat Kräfte. Skids, danke für 2 Euro im Super-Chat, Bruder. Ich bin hier gerade ein bisschen am Verbrechen bekämpfen. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. So. Wir sollten uns aber wirklich auf das andere Ding fokussieren. Wir haben hier tatsächlich noch ein bisschen alles anderes. So. Schmeiß den Schild, Captain America. Ist er jetzt down? Nein, noch nicht ganz. Ich glaube, er braucht noch ein bisschen. So. Jetzt komm. Jawohl. Warte mal. Wie viel halten die denn aus? Alter. Musste ich ins Wasser werfen? Wie viel hält der Typ denn aus? Oh, mein Gott. Freunde, ich muss mich kurz bedanken. Wir haben gerade 3000 Zuschauer, Leute. 3000 Live-Zuschauer gerade aktiv. Das ist echt der Wahnsinn. Warte, ich kriege gerade eine SMS. Ach so. Ja, mein Schatz schreibt gerade, ähm, Gruß geht raus. Ähm, du musst nichts machen. Schau einfach den Stream. Genieß den Stream erstmal. Oder kannst du auch später reinschauen. Ich, Leute, ich gräte gerade mit meiner Freundin gerade alles gut übrigens. Kann ich natürlich später vielleicht auch den Laufenden halten. So. Und. Let's go, Alter. Ich jonglier den Typen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Alter. Ach, ja. Das ist schon eine coole Sache, Alter. Muss ich sagen. Hallo? Siren Head. Wo bist du, Kollege? Siren Head, wo bist du? Zeig dich. Alter, ich hab hier keine Zeit für euch. Ich muss mich um Siren Head kümmern. Der Typ ist auch noch hier. Oh. Jetzt. Alter, wo ist der, Leute? Er ist auf jeden Fall da. Er ist auf jeden Fall da. Das war gerade einfach zu viel Spaß. Siren Head. Okay, ich geh jetzt einfach. Ich geh jetzt einfach. Leute, wo ist der Typ? Hä? Hallo? Siren Head, wo bist du? Nein, jetzt geht er weg. Was war das gerade, Leute? Was war das gerade? Okay, Siren Head ist auf jeden Fall da. Siren Head ist auf jeden Fall da. Hast du God Mode? Nein, Freunde, ich hab keinen God Mode an. Selbst wenn ich God Mode anhabe, ich kann euch kurz mal eine Real-Life-Story erklären. Die Mod-Menüs, was die Superhelden angeht, die sind so geregelt, dass man tatsächlich keinen God Mode haben kann. Also, die sind, äh, selbst wenn du God Mode aktiv hast, du hast, glaube ich, 1000 Leben oder so. Das ist, denke ich, fünfmal mehr, als ein normaler GTA-Spieler hat. Und, äh, wenn du erledigt wirst, dann ist er down, Leute. Und das ist heute unsere Aufgabe. Wir müssen deswegen versuchen, mit unseren Helden tatsächlich, äh, ja, gegen Siren Head zu kämpfen. Und wenn wir erledigt werden, Leute, wir gehen mit Captain America vor und sollte Captain America erledigt werden, dann, ähm, ja, dann ist er halt verwundet. Und dann muss er zurück zur Station, zurück zu Tony Stark's Haus. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe, Leute, heute, dass wir Siren Head besiegen. Denn er ist auch nicht alleine hier. Er ist sogar mit seiner ganzen Armee, Leute, in Los Santos. Ich würde sagen, wir, äh, können uns eigentlich dahin sogar teleportieren. Leute, wofür haben wir das Mod-Menü? Wir können uns gerne einfach mal teleportieren und mal horchen, ob wir Siren Head hier irgendwo finden können. Und, oh mein Gott, Leute, fast 2000 Likes. Bruder, vielen Dank, Leute. Ich hab lange nicht mehr gestreamt. Falls ihr mehr Livestreams haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist, lasst gerne ein Abo da und vergesst nicht ein Like dazu. Also, ich, ich muss, ich sag's nicht, Leute. Wir haben schon fast 2000 Likes. Ich will nicht geiern oder so. So. Spiele jetzt kostenlos Raid Shadow Legends. Also, ich seh's grad auch im Chat wieder aufploppen. So, denn dieser Stream ist, äh, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, gesponsert von Raid Shadow Legends. Wir werden uns zusammen gleich den ersten, äh, den, den Trailer dazu anschauen. Und, äh, dann werde ich euch auch sagen, wie ihr euch das Spiel herunterladen könnt. Und am Ende des Streams werden wir auch Raid Shadow Legends dann zusammen spielen, Leute. So. Ich mach mal ganz zur Sicherheit einfach mal den God-Mod aus, weil ich nicht weiß, wie das bei der Captain America-Mod ist. So. Mach ich jetzt mal aus, Leute. Und jetzt würde ich sagen, äh, fokussieren wir mal uns hier auf, ähm, so. Okay. Alles klar, Leute. So. Hallo? Hallo? Ich glaub, Siren Head ist gespawnt, Leute. Oh! Da ist er ja schon! Freunde! Da ist er schon! Siren Head ist da! Siren Head ist da! Oh mein Gott! Alter! Nein, es ist kein Test! Es ist auf gar keinen Fall ein Test! Greif an! Greif Siren Head an! Oh mein Gott! Oh! Okay! Nehmen wir Schaden, ja, wir nehmen Schaden. Oh mein Gott! Siren Head! Lass mich in Ruhe, okay? Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott! Captain America kann gar nichts! Der kann nichts! Er kann einfach nichts! Siren Head ist... Lass mich in Ruhe, Bruder! Lass mich in Ruhe! Ich wollte gar nicht aufgaben starten. Was haben wir jetzt gemacht? Ey! Siren Head! Komm schon! Komm auch! Oh mein Gott! Leute, wir müssen zurück! Wir müssen zurück! Wir müssen zurück! Bruder, wir müssen zurück! Wir müssen zurück! Wir müssen raus, Leute! Wir müssen hier weg! Wir müssen ganz schnell hier weg, Alter! Siren Head ist hier! Siren Head ist hier! Oh mein Gott! Mein Schild! Nicht mein Schild! Oh mein Gott! Siren Head! Lass mich in Ruhe, okay? Lass mich mal in Ruhe! Oh mein Gott! Okay! Stefan Konke, danke für 2 Euro im Superchat! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Oh nein! Er hat mich! Ich glaube, er hat mich, Leute! Ich glaube, das war's! Ich glaube, das war's! Kannst du Siren Head mit Hulk killen? Oh! Leute! Skids, danke für 10 Euro im Superchat! Wir werden es mit Hulk probieren! Bruder, das war... Das war eine andere Macht, dieser Siren Head! Das war ein ganz anderer Siren Head! Skids, danke nochmal für 1 Euro im Superchat! Vielen Dank, Bruder! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was war das gerade? Ich würde sagen, Leute... Wir sind jetzt als Michael, ne? Oh mein Gott, okay! Wir haben den Ersten, der den Raid Shadow Legends downloadet hat! Also, wir haben jetzt schon 3 Warriors am Start! Ich glaube, jetzt wird das Ganze gewertet! Wir haben schon den Ersten, der das Tutorial von Raid Shadow Legends runtergeladen hat! Okay! Bevor wir, Leute, jetzt zu dem nächsten Avenger kommen... Wir gehen jetzt zurück zur Basis... Und holen uns... Äh... Hulk... Spider-Man... Und... Äh... Ich glaube, das war... Wie hieß der nochmal? Wie hieß denn der? Dr. Strange war das, ne? Genau, Dr. Strange, Leute! Wir werden uns die jetzt alle abholen... Und dann werden wir nochmal gegen Siren Head kämpfen! Das war nämlich nur einer! Es wird mehrere geben, Leute! Wir wissen nicht, ob wir das heute schaffen werden! Wir wissen es nicht! Das wird so schwer werden! Also, Leute, bevor wir dazu ankommen, möchte ich euch natürlich aber auch den Sponsor des heutigen Livestreams vorstellen! Und ich denke, das ist natürlich auch sehr wichtig, Leute, das auch zu sagen! Denn der Livestream ist heute gesponsert von Raid Shadow Legends! Ähm... Ich würde sagen, wir schauen uns dazu gerne den Trailer an! Und dann will ich euch ganz kurz sagen, wie man das Spiel runterlädt! Und dann geht's weiter direkt mit dem Livestream! Also, Leute! So! Der RPG Mobile Hit 2019! Jetzt Cross-Plattform auch für PC! Das gleiche tolle Gameplay! Brandneue Animationen! Mehr als 3 Millionen aktive Spieler! Eine massive Online-Community! Raid Shadow Legends! Wo ist ihr jetzt auf Plarium Play? So! Darauf bin ich natürlich auch gehypt, Leute! Dass wir das dann gleich auch abchecken werden! So! Okay! So! Ich denke, Leute, der Filter sollte jetzt abgeklungen sein! Perfekt! Und jetzt machen wir nur noch die Uhrzeit und gehen zurück zur Avengers-Basis! Und werden dann unsere Leute holen, die uns dann supporten werden! Also, Leute! Ihr habt's gerade gesehen! Der Stream wird gesponsert von Raid Shadow Legends! Ihr wisst dann, was zu tun ist! Um das Spiel herunterzuladen, könnt ihr gerne auf die Beschreibung klicken! Also, in einem Livestream-Video oder im Live-Chat wird es regelmäßig alle paar Minuten einblenden! Könnt ihr gerne deswegen, Leute! Einfach den Beschreibungslink abchecken! Euch das Spiel auf PC herunterladen, Leute! Über den... Über... 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 Über den Browser! Ich wollte gerade sagen, über den Browser! Genau, Leute! Ladet euch das Spiel einfach runter! Klickt auf den Link! Registriert euch! Und spielt das 5-Minütige-Tutorial! Ganz wichtig! Damit supportet ihr meinen Kanal! Und dann wird es auch hier unten stehen! Und wenn wir eine gewisse Anzahl... Sagen wir mal erst 10 Warrior! Wenn wir 10 Warrior haben, dann werden wir die erste PSN-Kartenverlosung machen! Und deswegen, Leute! Wenn ihr supporten wollt! Ich habe mich gerade... Ich habe mich gerade nass gemacht mit irgendwas! Ich glaube, das war... Ich glaube, das war der Imbanator, mit dem ich mich nass gemacht! Also, Leute! Ihr wisst, was zu tun ist! Das Spiel herunterladen! 5-Minuten-Tutorial-Spielen! Und dann... Ja! Seid ihr dabei! Und habt meinen Kanal sehr stark supportet! Vielen Dank, Leute! Für eure Unterstützung! Vielen Dank für eure Unterstützung! Wir machen jetzt aber weiter, bevor Siren Head kommt! Dazu verwandeln wir uns jetzt in den nächsten Superhelden! Und ich würde sagen, der nächste Superheld, der uns auf jeden Fall helfen könnte, wäre... Als wen sollen wir spielen, Leute? Sollen wir als Doctor Strange spielen? Sollen wir als Hulk spielen? ID Fight! Danke für VIP! Schreibt jetzt gerne in den Live-Chat! Wollt ihr, dass wir Hulk sind? Wollt ihr, dass wir... Ähm... Spider-Man, Hulk oder Doctor Strange? Oder vielleicht sogar Iron Man? Aber Iron Man, Leute, braucht noch ein bisschen! Iron Man braucht noch ein bisschen, muss ich sagen! So! Ich grüße euch alle! Ich grüße euch wirklich alle! Und danke für euren ganzen Support! Die ganzen VIPs, die jetzt reinkommen! So! Weiter geht's, Leute! Wir teleportieren uns jetzt wieder zurück zu unserer Basis! Ich glaub, die war... Ich glaub, die war hier, ne? Kann sein, dass die hier war, nicht wahr? Ja, oder? Ja! Perfekt! Wir sind genau richtig! Alles klar! So, dann verwandeln wir uns, Leute, jetzt in den Superhelden... Hulk, Hulk! Spider-Man, Hulk, 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 Hulk! Doctor Strange! Der nächste... Der nächste... Someone! Someone! Dankeschön! Ähm... Der nächste Mitglied der Raid Channel Legends, das Tutorial durchgespielt hat! Und... Da kommt jetzt der Nächste! Alles klar! Da ist noch einer am Start, Leute! Jetzt haben wir schon fünf Leute! Wenn wir zehn Leute haben, die erste Verlosung! Also! Ihr wollt alles für den Hulk spielen! Okay! Okay, jetzt geht's aber richtig los! Alles klar! So! Spawn! Hulk! Warte mal! Wir wollen Hulk werden! Genau! Wir wollen Hulk werden! We've got incoming! So! GTA Korab! Dankeschön für den VIP! So, Leute! Jetzt sind wir Hulk! Und damit das Ganze auch normal aussieht, muss ich kurz hier den Hulk hier löschen! So! Oh-oh! Wir haben gleich zehn Leute! Das bedeutet, die erste Verlosung ist gleich am Start! So! Oh! Oh mein Gott! Da muss ich aber ein bisschen vorsichtig sein! Alter! Okay! So! Leute, Hulk ist... Hulk ist krank! Hulk ist krass! Der wird's schon schaffen, oder? Okay! Leute, wir haben die zehn Downloads geschafft für Raid Shadow Legends! Also! Zehn Leute haben das Tutorial durchgespielt! Und ich würde sagen... Deswegen! Wir gehen jetzt in den nächsten Versuch rein! Und dann werden wir versuchen... Ähm... Werden wir versuchen... Ne! Dann wird's die Verlosung geben! Leute! Wir machen jetzt den nächsten Versuch! Schnappen uns natürlich auch unsere zwei Begleiter mit! Ähm... Obwohl... Ich glaub, Dr. Strange ist noch am meditieren! Ich glaub, der braucht noch seine Zeit, Leute! Deswegen bin ich gerade am überlegen! Sollen wir doch... Oh mein... Was war das gerade für eine Ansicht? Okay, Dr. Strange meint, er braucht noch ein bisschen Zeit! Dr. Strange braucht noch ein bisschen Zeit! So, ich muss kurz hier was anpassen! So! Jawohl! Jetzt! Perfekt! Sorry, Leute, für die ganz kurze Unterbrechung! Also, Dr. Strange sagt, er braucht noch ein bisschen Zeit! Er muss meditieren! Er wartet auf diesen einen Versuch! Er wartet auf diese eine Chance von 100 Milliarden Chancen, wo wir gegen Siren Head gewinnen werden! Spider-Man ist aber ein ganz netter Kollege! Ich glaub, Spider-Man kommt mit, ne? Wie geht's dir schon, Iron Man? Geht's dir schon besser? Lol! Iron Man, du stehst ja! Hey! Hä? Okay, was ist los bei euch? Worum lauft ihr alle? Alles klar, Leute! Iron Man ist offensichtlich wieder wach! Aber ihm geht's noch nicht allzu gut! Okay! Krass! Iron Man steht schon! Das bedeutet, das ist schon mal was Gutes! Deswegen... Ey! Ich steck fest! Hallo! Hallo! Ey, verdammt! Ich steck fest! Hallo! Oh mein Gott! Ich steck gerade wirklich fest! So! Jetzt hab ich mich befreit! Puh! So war das doch! Nice! Okay! Alles klar, Leute! Dann würde ich sagen, nehmen wir uns Spider-Man mit, aber wir gehen erstmal auf die normale Straße und dann nehmen wir uns Spider-Man. Oh! Someone! Einer ist wieder dabei, Leute! Der jetzt bei Red Shadow Legends das Tutorial abgeschlossen hat. Wir haben jetzt schon elf Spieler. So! Okay! Ähm, übrigens schreie ich zu laut im Video. Sind... Sie sind alle aufgeregt. Sie sind alle aufgeregt! Er will kämpfen! Leute, jetzt wird gekämpft! Passt mal auf! Beruhigt euch, Leute! Jetzt geht's los! Es geht los! Passt mal auf! So! Ähm, wir nehmen uns jetzt Spider-Man und er wird uns helfen. Vielleicht wird uns noch ein anderer Avenger mithelfen. Aber ja... Und im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall, Leute... Ich will's nicht sagen! Ich will's nicht sagen, Leute! Ich will's nicht sagen, okay? Passt mal auf! So! Im allerschlimmsten Fall, Leute... ...werden wir Thanos zu Hilfe rufen, okay? Wir werden im schlimmsten Fall Thanos zu Hilfe rufen. Und, Leute! Wir haben jetzt schon wieder einen neuen, der Red Shadow Legends runtergeladen hat. Über die Linkenbeschreibung und der Tutorial durchgespielt hat. Vielen Dank für deinen Support! Leute! Ich hoffe, ihr seid ready. Ich hoffe, ihr seid bereit. Okay. Alles klar. Wir spawnen jetzt... ...einen Spider-Man... ...als Unterstützung. Oh! Nice! Spider-Man ist dabei! Cool! Spider-Man ist dabei, Bruder! Sehr cool! Dankeschön! Okay. Jetzt werden wir als Hulk, Leute, gegen Siren Head kämpfen. Und ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass wir es schaffen werden. Da hinten schon wieder der Flixbus am Start. Und, ja. Ich glaube aber... ...deswegen... ...Spider-Man! Komm mit, Bruder! Siren Head ist laut! Siren Head macht wieder Geräusche! Ich denke, es ist unsere Aufgabe heute, ihn zur Strecke zu bringen. Wir werden es heute schaffen, Spidey, okay? Und wenn wir es nicht schaffen, dann... ...wir werden es schaffen. Wir werden es schon schaffen. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir werden das schon schaffen zusammen. Dann werden wir es machen. Okay. Und, Leute, vielen Dank für jetzt schon 4000 Live-Zuschauer. Ich denke, ihr wollt alle ein ultimatives Erlebnis. Und ich werde es euch heute bieten. So. Jona ist, äh, beigetreten. Jona hat das... Spider-Man! Was machst du? Warum hältst du dich an mir fest? Jona, dankeschön, dass du Raid Shadow Legends runtergeladen hast. Und du das 5-minütige Tutorial gespielt hast. Vielen Dank für die Unterstützung. So. Okay, Leute. Jetzt gibt es aber kein Entkommen von dem Siren Head. Jetzt wird es losgehen. Yo! Hahaha! Oh mein Gott, ey. Es macht so viel Spaß, Leute, als den Hulk zu spielen. Oh mein Gott, Alter. Ey, das ist so krass. Es ist so krass. Boah, der ist krank. Also, ich glaube, Leute, wenn wir das mit Hulk nicht schaffen, dann haben wir wirklich ein großes Problem. Ich denke schon, das wird machbar sein. Ich denke, Hulk wird es schon schaffen. Leute, nice. Okay, let's go. Boom, Alter Schwede. Das ist schon mal ordentlich. So. Spidey, wo bist du? Spidey! Hey, Spider-Man! Spider-Man, wo bist du? Der ist immer noch da hinten. Spider-Man! Bewegt er sich? Kommt er? Hä? Kommt Spider-Man gerade? So. Chat sagt Venom. Leute, Venom ist leider kein Avenger. Ich könnte Venom zur Hilfe rufen. Ich könnte Venom Hilfe rufen. Ich könnte Venom tatsächlich rufen. Aber wir können tatsächlich... Ja, Spider-Man kommt, aber der lässt sich mega viel Zeit. Seht ihr ihn? Der ist richtig langsam. Ich mach das jetzt so. Ich werde Spider-Man jetzt einfach mal... Ähm... Hier. Kill all allies. Und jetzt holen wir den Spider-Man. So, Leute. Spider-Man ist jetzt wieder hier. Okay. Jetzt geht's aber eins gegen eins. Gegen Siren Head. Und dazu würde ich sagen... Alle Bürger von Los Santos. Bitte bringt eure Fahrzeuge sicher irgendwo anders. Okay? Bringt eure Fahrzeuge bitte woanders hin. Ganz wichtig. Achso, und Leute, ganz kurz. Ähm... Probiert mal folgenden Chat-Comment aus. Ich weiß nicht, ob's klappt. Aber gebt mal bitte im Live-Chat Ausrufezeichen Raid ein. So wie ihr es im Videotitel seht. Also Ausrufezeichen Raid. Die Klammern könnt ihr weglassen. Schreibt's gerne rein. Ich denke, dann sollte ein Link aufploppen. Äh... Wie ihr euch das Spiel runterladen könnt. Äh... Nur zum Testen. Ich hab's noch nicht im Live-Chat getestet. Aber wär korrekt, falls das einer von euch machen könnte. Und dann, Leute. Geht's jetzt weiter. Und wir haben schon 4.500 Zuschauer. Bruder! Das ist fast schon ein Rekord, muss ich sagen. Leute, es geht los. Es geht los. Ich spawn jetzt Siren Head, okay? Ich spawn den nächsten Siren Head. Spidey ist echt aufgeregt. Wo läufst du hin? Okay. Er ist schon aufgeregt, Leute. Er ist schon sehr aufgeregt. So. Okay. Seid ihr ready? Seid ihr ready, Leute? Okay. Okay, Leute? Ihr könnt aufhören, Hashtag... Äh... Ausrufezeichen Raid reinzuschreiben. Es wird schon gespawnt. Es... Okay, das funktioniert. Es funktioniert. Der Chatbot funktioniert. Dankeschön, Leute. Dankeschön. So. Fuck. Äh... Was? 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 Nein. Ich hab das Falsche gemacht. Ich hab das Falsche gemacht, Leute. Ich hab was falsch gemacht. Ich hab was falsch gemacht. So. Klappt's jetzt? Jawohl. Oh. Okay, Bruder. Das ist eine andere Kameraperspektive, aber... Ist cool. Wir haben Weitwinkel. Hey, Leute. Wir haben Weitwinkel in GTA freigeschaltet. Nice. Achso. Und sorry für das... Das Wort, das ich gerade gesagt habe. Das ist mir gerade tatsächlich ausgerutscht. Äh... Sorry, Leute. Ähm... So. Jetzt spawnen wir aber den Siren Head. Jetzt spawnen wir ihn. Uh. A new download. Danke an Nick Schneider für einen Euren Superchat. Let's go. So. Okay, er ist hier. Er ist hier, Freunde. Siren Head ist hier. Siren Head ist hier. Da läuft er. Da läuft er. Habt ihr ihn gesehen? Da läuft er. Er läuft da gerade entlang. Spider-Man. Hilfst du mir? Wir werden das schon schaffen, okay? Leute, wie er gerade angreift. Wie er einfach angreift. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Geräusch. Ich hasse dieses Geräusch. Ich hasse dieses Geräusch wirklich so sehr. Das ist so creepy. Er hat uns noch nicht entdeckt. Er hat uns aber noch nicht entdeckt. Er ist auf dem Dach, ne? Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. Spider-Man. Nein. Oh. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Jawohl. Leute, jetzt. Jetzt. Komm. Jawohl. Yes. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yes. Wir kämpfen gegen Siren Head, Leute. Jetzt schnapp. Die schnappe ich mir. Thunderslap. Thunderslap. Oh mein Gott. Yes. Atomic Slam. Wo ist Siren Head? Da ist er. Oh mein Gott. Wie kann ich ihn greifen? Nein. Spider-Man. Das wollte ich nicht. Oh. Nein. Spider-Man. Komm schon, Spider-Man. Ja. Er greift an. Er greift an, Leute. Spider-Man greift an. Er greift an. Wie hoch springen wir? Oh. Wir haben daneben geschossen. Wir sind daneben gesprungen. Da hinten. Bam. Alter. Oh mein Gott. Alter. Das geht jetzt ein bisschen lang. Das geht jetzt ein bisschen lang. Ey. Ich greife ihn. Ey. Ich müsste, bevor ich in den Kampf gehe, hätte ich vielleicht vorher Kampftraining machen müssen. Ich hätte vielleicht vorher gegen Siren Head Kampftraining machen müssen. So. Komm. Jetzt. Let's go, Alter. Let's go. Spidey, komm. Supporte. Supporte mich. Nein. Er hat vor mir den Angriff benutzt. Nein. Er greift mich. Alter, er ist schnell. Der ist stark. Er ist verdammt stark, Leute. Bam. Jetzt. Oh mein Gott, Alter. Boah. Oh, da. Oh, da. Lass mich los. Lass mich los. Okay. Wir haben, Leute, noch ein Mitglied bei Shade, Shade, Raid Shadow Legends. Bei Raid Shadow Legends, Leute. Und ich sag's euch so. Falls wir sehr viele Downloads schaffen, Leute. Wir werden bessere Kräfte bekommen. Wir werden stärker werden. Wir haben's geschafft. Ja. Wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. Wir haben den ersten Siren Head erledigt, Leute. Wir haben den ersten Siren Head. Es hat funktioniert. Hulk hat's geschafft. Oh mein Gott. Ich bin so stolz, Leute. Wir haben den ersten Siren Head erledigt. Wir haben's geschafft. Alter. Was meint ihr im Chat? Was meint ihr im Chat? Das war schon schnell. Ja, ja. Aber ganz ehrlich. Es wird ja noch weitergehen. Das ist ja noch nicht alles. Das ist der erste gewesen von vielen. Schaut euch mal Spider-Man an. Der Typ schießt auf mich und Spider-Man gibt ihm wirklich den Rest. Oh mein Gott, Alter. Aber ihr seht. Oh mein Gott. Leute, schaut ihn euch an. Schaut euch mal Siren Head an. Spider-Man, was machst du da? Was machst du da eigentlich? Okay. Ich weiß zwar nicht, was Spider-Man da gerade macht. Aber offensichtlich, er... Er macht ja einiges. Okay. Er macht ja einiges. So. Ich würde sagen... Wir gehen jetzt, Leute, zurück zur Avengers-Basis. Zu Tony Starks Haus. Wir gehen erst mal zu ihm nach Hause. So. Das ist erst mal der erste gewesen. Das ist erst mal der erste. Wir wissen nicht, wie viele kommen werden. Aber es werden einige werden. Es werden einige Leute. Es werden einige Siren Heads noch werden. Also denkt nicht, dass wir schon hier durch sind. Wir haben den ersten besiegt. Hätte ich sogar gar nicht gedacht, dass wir es tatsächlich schaffen. Aber Hulk hat es einfach drauf. So. What? Was ist gerade passiert? Was ist da gerade passiert? Oh mein Gott. Okay. Genau. Stimmt, Leute. Wir machen jetzt die erste Verlosung, Freunde. Und zwar wird das Ganze so ablaufen. Wir werden jetzt... Eine Minute gebe ich euch Zeit. Und dann werden wir einen Gewinner auslosen. Und zwar... Wir haben jetzt schon 30 Downloads. Deswegen, Leute. Hauen wir jetzt eine PSN-Karte raus. Und zwar... Schreibt jetzt... Hashtag... Hashtag Raid. In die Kommentare. Und dazu euren Instagram-Namen. Und ich werde dann gleich in einer Minute ein Screenshot machen. Ein Foto vom Live-Chat. Und der oberste im Live-Chat ist der Gewinner. Das heißt, wenn ihr da jetzt zu spamt, Leute. Ihr könnt die Chance haben, jetzt eine 10 Euro PSN- oder Amazon-Gift-Karte zu erhalten. Und nach dem Stream werde ich euch anschreiben. Deswegen, Leute. Spamt jetzt in den Live-Chat. Und ladet euch gerne auch Raid-Channel-Legends runter. Über den Link in der Beschreibung. Aber das Wichtigste jetzt... Hashtag Raid. Und euren Instagram-Namen direkt dazu schreiben. Und ja. Deswegen, Leute. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in den Live-Chat. Und dann werden wir schauen, wer die erste 10 Euro PSN-Karte oder Amazon-Gutschein-Karte gewinnt. So. Boah. Alter. Ich frage mich gerade. Aber das verstehe ich gerade nicht. Ich habe hier nämlich so eine komische Kamera-Ansicht, Leute. Ich habe hier so eine Mod installiert. So. Timer auf 30 Sekunden. So. Timer ist auf 30 Sekunden gestellt, Leute. First Person. Third Person. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-Person. So. Ich gucke mal, ob die Kamera jetzt wieder normal ist. Ja. Sie ist wieder normal, Leute. Leute, okay, so, wir haben jetzt schon 33, Leute, und der Timer, Leute, er endet jetzt, so, Timer ist vorbei, und ich mache den Foto, den Foto, 3, 2, 1, ah, so, okay, okay, Leute, wir haben einen Gewinner, wir haben einen Gewinner, wir haben den ersten Gewinner des heutigen Videos, also, es ist, äh, der oberste Chat hat leider seinen Instagram-Namen nicht geschrieben, deswegen kann ich ihn leider nicht als Gewinner zählen, Schnitzelmaker, Hashtag Raid Schnitzelmarker, Schnitzelmaker, Dankeschön, Bruder, du bist der Gewinner der 10-Euro-Gutscheinkarte, PSN oder Amazon, und ja, Leute, ich würde sagen, wir machen uns auf jeden Fall das nächste Ziel, und zwar sollten wir die, ähm, 60 Downloads schaffen, Leute, sollten wir 60 Downloads schaffen und das Tutorial durchgespielt haben, dann, warum kann Michael bitteschön, achso, ich weiß, warum, ich hab die Kräfte nicht weggemacht, ähm, falls ihr, Leute, falls wir die 65, die 60 Downloads, äh, schaffen, gibt's die nächste Verlosung, und wir sind kurz davor, Leute, also wir haben jetzt schon fast 60 Downloads von Raid Shadow Legends, ähm, danke für euren Support, Leute, so, ich muss jetzt mich kurz verwandeln, wen soll man als nächstes spielen, sollen wir jetzt als Spider-Man spielen, Thor, ah, Thor ist leider nicht dabei, Freunde, tut mir leid, Thor ist heute leider nicht da, Vision oder Captain Marvel, ich hab leider Captain Marvel auch nicht gefunden, wir haben natürlich nur ein paar Avengers hier, aber es kann sein, dass wenn Iron Man, wenn es ihm besser geht, dass wir ihn wieder spielen können, ähm, deswegen würde ich sagen, Leute, so, wen spielen wir jetzt, ich, ich mach mich jetzt einfach mal zu, äh, ah, jetzt, jetzt funktioniert's, okay, perfekt, so, Doctor Strange, Doctor Strange, ja, wir können Doctor Strange nehmen, oder wir können Spider-Man spielen, oh, das ist nice, nee, aber wir spielen, Leute, glaube ich, einfach als Spider-Man, ich glaub, das ist ne nice Sache, ja, wir wählen Spider-Man aus, okay, Thor, Marvin, Spider-Man, Thanos, Thanos kommt noch, Leute, wenn wir es nicht schaffen sollten, dann wird Thanos helfen, wenn wir es nicht schaffen sollten, wird Thanos helfen, so, Spider-Man, wo ist Spider-Man, da ist Spider-Man, so, Suits, okay, yo, so, Freunde, so, jetzt sind wir als Spider-Man unterwegs, Leute, ist das nicht heftig, das ist doch heftig, Leute, einfach als Spider-Man gerade unterwegs, yo, oh mein Gott, yes, so, oh mein Gott, das ist voll hell, das ist richtig hell, Leute, oh mein Gott, so, jetzt ist es, okay, wir haben schon 43 Downloads, Leute, so, übrigens, ich muss auch dazu sagen, Leute, zu meiner Verteidigung, ich, ich, ich bin so ein bisschen, äh, Spider-Man hat richtig viele Möglichkeiten, schaut euch zum Beispiel an, Leute, was habe ich gerade gemacht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, wir haben, Leute, sehr viele Möglichkeiten mit Spider-Man, wir können tatsächlich, äh, den Web-Shooter benutzen, wir können Minen legen, wir können Impact-Web benutzen, das können wir zum Beispiel hier verwenden, warum sieht Spider-Man übrigens so schmal aus, fällt mir das gerade allein auf, oder ist Spider-Man wirklich so schmal, so, wir haben eine Spider-Drohne, oh mein Gott, die haben wir jetzt gerufen, die könnte uns halt tatsächlich helfen, Leute, gegen die andere Spider-Man, äh, gegen die andere Siren Head-Armee, warte mal, hier liegt jemand, Dr. Strange, Dr. Strange, ich glaube, Dr. Strange hat ein bisschen, ich glaube, Dr. Strange hat ein bisschen zu viel meditiert, hey, Dr. Strange, Bro, was ist los bei dir, Bruder, hast du ein bisschen zu viel meditiert, ähm, ja, Leute, ich glaube, Dr. Strange ist für heute erstmal, äh, ich glaube, den spielen wir gleich, ich glaube, der ist zu viel, what, warum, ich weiß gerade nicht, was los ist, aber ich glaube, ich verstehe, warum Dr. Strange sich ganz komisch fällt, so, jetzt nehmen wir, Leute, Hulk als Unterstützung und werden weitermachen, ich glaube, wir werden weitermachen, yes, Leute, aber bevor wir weitermachen gegen die nächste Siren Head-Armee, die wurde, glaube ich, in, äh, Sandy Shores gesichtet, ich glaube, die nächste Siren Head-Armee war in Sandy Shores, müssen wir uns erstmal anschauen, oh, warte mal, ich habe was gesichtet, oh mein Gott, so, oh, hier ausweichen, Leute, guckt euch mal die Moves an, die Spider-Man drauf hat, so, diese Moves, Alter, das ist so smooth, ne, das ist so smooth, wir haben schon 51 Downloads, Leute, wir haben bald 60 Downloads, dann gibt's die nächste Verlosung, oh mein Gott, das hört ja nicht auf, das geht gerade am laufenden Band weiter, schaut euch mal zum Beispiel an, Leute, diesen Mülleimer, ne, ihr kennt es vielleicht aus dem alten Spider-Man-Spiel, wir können es einfach so aktivieren und, bumm, gegen die anderen schmeißen, wir können es einfach gegen den Gegner schmeißen, so, einfach gegen die Frau da werfen, so, und dich könnte ich, pass mal auf, eww, das ist nice, Alter, das ist nice, wir haben eine Invasion hier am Start, okay, ich würde sagen, bevor wir zu Thanos gehen, äh, bevor wir zum nächsten Siren Head gehen, hier gibt's eine Invasion offensichtlich, oh oh, so, so, oh mein Gott, das ist so cool, ne, das ist so cool, Leute, gemacht, es ist so nice, also, ich muss mich erst ein bisschen mit Spider-Man einspielen, aber ich glaube, er ist wirklich ein guter, er ist sehr gut, er ist sehr gut, Leute, er ist sehr gut, auf jeden Fall, und wir haben schon 3400 Likes auf dem heutigen Livestream, Leute, ihr seid nicht normal, dankeschön, falls ihr mehr Livestreams wollt, dann gibt's mir bitte Bescheid, auch in den Kommentaren von normalen GTA-Videos, weil ich finde, ich finde so ein bisschen, das Livestream hab ich tatsächlich vermisst, Leute, ich hab das Livestream wirklich so ein bisschen vermisst, muss ich sagen, weil, äh, mir die Interaktion mit der Community einfach gefehlt hat, so, muss ich einfach sagen, Leute, ähm, ich bin ehrlich zu euch, ich hasse es, einen Stream vorzubereiten, ich hasse es, wirklich, weil, es ist wirklich, äh, nicht einfach so, man lädt sich die Mod runter und startet den Stream, ich mach ja noch das Thumbnail dazu und viele andere Dinge, Leute, und, ähm, ja, besonders, wenn man halt lange eine Stream-Pause gemacht hat, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, dann sich wieder reinzufinden, aber ich finde am Ende, Leute, wenn man streamt, dann macht's einfach Spaß, dann macht's einfach wirklich Spaß, muss ich sagen, ich hoffe, das geht euch dann auch so, ich hoffe, ihr habt auch Spaß, Leute, bei einem Livestream, so, okay, also, ich denke, die nächste Siren Head-Armee war so in etwa bei, äh, Sandy Shores, hab ich gesagt, ne, genau, das war bei Sandy Shores, so, okay, Leute, dann würde ich sagen, ich weiß noch nicht ganz, wie ich mit Spider-Man umgehen soll, also, ich bin dann noch so ein bisschen neu, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Dreieck so ein Angriff ist und damit kann ich Sachen auf ihn werfen, okay, das ist cool, so, puh, okay, dann geht's jetzt, Leute, als nächstes nach, wer hat die 10-Euro-Donation gemacht, ich muss mal nachschauen, so, wir haben schon 56 Downloads, Patrick Cuardo, bester YouTuber, immer weiter so, vielen Dank, Bro, vielen, vielen Dank, so, wir haben schon 57 Downloads, Leute, so, übrigens, Freund, ähm, Spider-Man, ich bin der echte Spider-Man, okay, also, ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gehe jetzt nach Sandy Shores und schaue da nach, ähm, Siren Head und, äh, du wirst hierbleiben und so tun, als wärst du ich, ja, du hilfst den Leuten in der Stadt und du, äh, hilfst ihr ins Krankenhaus zu kommen, okay, alles klar, so, dann würde ich sagen, geht's, Leute, jetzt weiter, so, Spider-Man ist natürlich auch nicht der schnellste Superheld, das sieht man natürlich bei, äh, ja, den Spinnenweben, so, wie viele haben wir jetzt? 60, Leute, wir haben 60 Downloads jetzt schon erreicht, okay, Freunde, ich würde sagen, die nächste, äh, Verlosung, die nächste 10-Euro-Playstation-Network, äh, deutscher oder österreichischer Code, die nächste Verlosung wird dann stattfinden, äh, falls ihr übrigens gewinnt, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr eine PSN-Karte oder eine Amazon-Gift-Karte habt, das sei halt komplett euch überlassen, aber ihr müsst halt gewinnen, deswegen, Leute, wir machen die nächste Verlosung, wenn wir in Sandy Shores angekommen sind, so, okay, ist ein bisschen laggy, aber, ich finde am Ende, funktioniert doch ganz gut, ja, es funktioniert trotzdem ganz gut, so, Spider-Man bewegt sich gut, der hat die Moves drauf, so, wir sind gleich da, ich denke, hier sollten wir dafür, äh, jetzt langsam dafür sorgen, dass wir uns Hulk zur Unterstützung holen gegen Siren Head, Villager-HP, dankeschön für den VIP, dankeschön, willkommen in der ID-Gang, Leute, willkommen, ähm, falls ihr euch wundert, Leute, was, was VIP übrigens ist, das, äh, habe ich mir einrichten lassen, ich habe da noch nicht so viel gemacht, deswegen, es ist alles auf freiwilliger Basis, sowieso auf freiwilliger Basis, aber falls ihr gerne VIP werden möchtet für 99 Cent im Monat, dann, äh, könnt ihr das gerne machen und ihr haltet auf jeden Kommentar, den ihr unter meinen Videos schreibt und in jedem Kommentar im Live-Chat bekommt ihr das ID-Zock-Logo rechts von eurem Namen und ihr werdet ein bisschen hervorgehoben von anderen Leuten und, äh, sollte ich das mal einführen, Mitglied-Only-Chats könnt ihr dann mitmachen, das habe ich aber noch nicht eingeführt und, ganz wichtig, Leute, ihr bekommt auch noch zwei exklusive Logos, die ihr Live-Chat benutzen könnt, Hochbahnfilmer95 ist jetzt nämlich auch ein VIP, vielen Dank, Bruder, für die Unterstützung, damit supportest du meinen Kanal und, ja, jetzt sind wir, Leute, in Sandy Shores angekommen und ich denke, ich denke, wir werden jetzt den Hulk rufen, ich denke, Hulk ist jetzt die gute Unterstützung, so, okay, so, mal gucken, was der Hulk, Leute, alles reißen wird, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, was Hulk reißen kann, so, Spawn Hulk Ally, yes, Hulk, oh, er ist da, Leute, er ist da, okay, Hulk, Bruder, du hast es geschafft, High Five, Bro, High Five, High Five, gib mir High Five, Bro, come on, gib mir High Five, let's go, Bruder, komm schon, ich weiß nicht, wie man High Five macht, nein, nein, lass ihn in Ruhe, du machst ihn aggressiv, psch, lass ihn in Ruhe, okay, so, Rehe Kids, Dankeschön für den, äh, VIP, Bro, vielen, vielen Dank, so, was ist dein Lieblings-Superheld? Also, ich tendiere zwischen Iron Man und Spider-Man, aber ich würde eher Iron Man sagen, obwohl Spider-Man feiere ich auch, weil wegen dem Videospiel habe ich jetzt so eine gewisse Bindung gemacht, okay, Leute, Siren Head ist da, wir müssen jetzt langsam machen, okay, so, Leute, jetzt kommt die nächste, äh, die nächste Verlosung, wir haben jetzt die 60 Downloads geschafft, deswegen, ihr wisst, was zu tun ist, schreibt jetzt in den Chat, Hashtag Raid mit eurem Instagram-Namen daneben und ich werde in einer Minute den Gewinner, äh, auslosen, Leute, das Gewinnspiel ist übrigens auch für meine Abonnenten, deswegen, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst jetzt einfach gerne kostenlos ein Abo da, egal, ob ihr gewonnen habt oder nicht, äh, Teilnahmebedingungen ist, dass ihr Abonnent seid, deswegen, wenn ihr noch nicht abonniert habt und mitmachen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und jetzt mache ich den Timer, Timer auf 10, äh, Timer auf eine Minute, so, let's go, Leute, ich habe nämlich das neue iOS-Update mir runtergeladen, ist noch ein bisschen am Baggen, aber es funktioniert und ich bin froh, dass der Livestream so funktioniert, wie er funktioniert, so, ähm, ich habe jetzt gerade nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, Johannes Tristkan Kasulke, danke für 1 Euro im Superchat, Bro, vielen, vielen Dank, wir sind jetzt seit 50 Minuten live und ich bin immer noch topfit, Leute, dank des Imbanators, gönnt man sich, äh, Jan Schmidt, danke für 1,88 und der Nächste, der Raid runtergeladen hat und das Tutorial durchgespielt hat, so, jetzt, Leute, wir warten auf den Timer, noch 23 Sekunden, Leute, ihr seht, jetzt noch 23, noch 20 Sekunden, dann ist der nächste Timer vorbei, okay, so, jetzt bin ich gespannt, okay, let's go, Leute, 10 Sekunden, schreibt in die Kommentare, live-Chat, wo seid ihr, live-Chat, wo seid ihr, wo seid ihr, live-Chat, da seid ihr, okay, und, let's go, Leute, jetzt wird das Foto gemacht und der nächste Gewinner ist, 3, 2, 1, so, der nächste Gewinner, Leute, ist Pierre the King, und zwar, hier könnt ihr es sehen, Leute, nochmal ganz transparent, ähm, es ist gerade nicht scharf, ich krieg's einfach nicht hin, ich bin einfach zu unprofessionell, Leute, es scharf zu kriegen, Pierre the King, herzlichen Glückwunsch, du hast die nächste Verlosung gewonnen, so, Leute, unser nächstes Ziel wird es sein, wenn wir es schaffen, Leute, dass wir jetzt 100 Downloads in Raid Shadow Legends haben, also, wenn ihr das Spiel über den Link in der Beschreibung runterladet, äh, für PC und es, ähm, das Tutorial durchgespielt habt, also die 5 Minuten Tutorial, dann wird der Counter hier erhöht und wenn wir die 100 schaffen, Leute, das werden wir auf jeden Fall schaffen, ich weiß es, wir werden es zusammen schaffen, dann wird es die nächste 10 Euro PSN-Kartenverlosung geben, so, jetzt würde ich sagen, Leute, geht es allerdings weiter gegen Siren Head, dicke Bertha, danke für 2 Euro und super Chat, vielen, vielen Dank, so, ein bisschen, ein bisschen für Atmosphäre sorgen, Leute, müssen wir noch ein bisschen Atmosphäre machen, so, oh, ich höre ihn wieder, ich höre ihn wieder, Leute, Siren Head kommt, der Siren Head kommt und er ist auf jeden Fall nicht dazu da, um Freundschaft mit uns zu schließen, vielleicht eines Tages, aber jetzt nicht, so, ähm, okay, okay, Leute, let's go, jetzt geht's auf in den Kampf gegen Siren Head, ah, what, 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 oh mein Gott, okay, okay, Leute, hat er uns gesehen? Hallo? Oh mein Gott, lass mich, ja, das ist not a test, Alter, komm schon, Hulk, Pro, Hulk, supporte mich, Leute, gebt uns Kraft, was soll ich machen, was soll ich machen, Leute, was soll ich machen, oh mein Gott, Alter, wie stark ist das? Komm schon, Hulk, du schaffst es, Bruder, du wirst es schaffen, ich glaub an dich, Alter, es ist laut, es ist so laut, Leute, es ist so laut, wo ist der? Hä? Siren Head? Da hinten ist es, Leute, ah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, jetzt kommt, kommt schon, komm schon, komm schon, komm schon, yes, Angriff! Okay, jetzt nutze ich die Spezialfähigkeit, Leute. Ich weiß zwar nicht, was Spider-Man da macht. Es ist keine Zeit, bespiele ich jetzt Spider-Man. Yes, jetzt kommt, komm, 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 komm. Jawohl, jawohl. Wir haben ihn eingefangen. Jawohl, wir haben ihn eingefangen. Wir haben ihn eingefangen, Leute. Okay. Oh mein Gott. Komm schon, Bro. Komm schon, Bro. Warum bist du so ein krasser YouTuber? Weiß ich nicht. Also ich fühle mich jetzt nicht krass, muss ich sagen. So, jetzt pass mal auf. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde jetzt versuchen. Hier. Spider-Drones. Pass mal auf. Wir haben noch ein paar Drohnen, die wir nutzen können. Okay. Die Drohnen können den Siren Head erledigen. Ich glaube, das wird easy, Leute. Das wird easy. Wir kriegen das schon hin. So. Okay. So. Ich merke gerade selbst, Freunde. Es gibt ein kleines Problem. Also es gibt kein Problem im Stream. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie viele das sind? Oh mein Gott. Ich dachte nicht, dass das so schnell geht. Ich dachte nicht, dass das so schnell geht. Ich bin gerade reingekommen. Was ist passiert? Leute, wir haben Spider-Man verloren. Wir haben Spider-Man verloren. Achtung. Ach du meine Gott. Hat ihr gesehen, wie viele das waren? Ich glaube, das waren fünf, oder? Das waren fünf Stück. Ich glaube, das waren fünf Siren Heads. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Leute, auf den Schock würde ich sagen. Genau. Ich wollte es gerade ansprechen. Wir haben jetzt wieder einen weiteren Raid Shadow Legends Warrior am Start. 70 Stück sind es mittlerweile. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt als nächstes nochmal. Ich hab mich vertippt so. Bevor wir Leute weitermachen. Ich glaube, Hulk ist noch da. Ich glaube, wir haben noch Hulk. Und Doctor Strange. Wir haben Hulk und Doctor Strange. Ich denke, die werden es schaffen können, vielleicht gegen diese Hulk Siren Head Armee vielleicht was anzurichten. Aber das war wirklich gerade nicht einfach. Vor allem Michael. Ich weiß gar nicht, warum Michael immer spawned. Aber das ist halt leider so ein Bug so in dem Spiel. Wir schauen uns jetzt als nächstes wieder den Trailer zu Raid Shadow Legends an. Und ja, uns fehlen noch 30 Downloads, Leute, zum nächsten Meilenstein, zur nächsten Verlosung. Am Ende des heutigen Videos, des heutigen Livestreams. So. Alles klar. Deswegen würde ich sagen, let's go, Alter. So. Der RPG Mobile Hit 2019. Jetzt Cross-Plattform auf dem PC. Das gleiche tolle Gameplay. Brandneue Animationen. Wir werden es gleich zocken. Mehr als 3 Millionen aktive Spieler. Eine massive Online-Community. Raid Shadow Legends. Holst ihr jetzt auf Play & Play. Play & Play, Leute. Play & Play, genau. Das habe ich vergessen, genau. Den Namen. Den Namen habe ich nämlich vergessen. So. Jetzt sind wir back, Leute. Ich habe den Impanato fast schon komplett ausgetrunken. Falls ihr euch den auschecken wollt, könnt ihr es auch gerne, Leute, über den Link in der Beschreibung machen. So. Aber natürlich auch Raid Shadow. Oh nein. Jetzt habe ich mich wieder... Och, nö. Ach. Leute. Ähm. Was ist denn das hier? Habe ich Schokolade ausgeschüttet oder was? Was ist denn das hier? Da habe ich gerade noch ein bisschen bekleckert hier. Also. Ich weiß nicht. Oh. Ah. Das hat... Oh mein Gott. Ich glaube... Oh nein. Ich glaube, mein Control... Ist der noch da? Ich weiß nicht. Leute, ich habe mich so ein bisschen hier bekleckert, aber man kann es jetzt... Kann man es sehen? Kann man... Kann man es sehen? Nee. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Was man sehen kann, ist, dass ich vielleicht komplett verschwitzt bin. Das kann man, glaube ich, sehen. Ähm. Aber ja. Glaub. So. Ich glaube, ich habe dem Shaker falsch zugemacht. Das kann auch natürlich sein. So. Leute, wir gehen jetzt als nächstes... Werden wir erstmal als Hulk spielen. Und dann zurück zu unserer Basis gehen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. So. Leute, warum ist... Warum ist mein Spiel plötzlich so langsam? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Wir haben jetzt 30 FPS, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. So. Genau, Leute. Das habe ich natürlich noch vergessen zu sagen, als ich den Trailer abgespielt habe. Also, Raid Shadow Legends, Leute. Übrigens, falls ihr nicht wisst, was das für ein Spiel ist. Ich habe es komplett vergessen, Leute. Es tut mir leid. Ich habe es einfach komplett vergessen zu sagen. Raid Shadow Legends, Leute. Das ist nämlich ein Action-RPG-Spiel. RPG? RPG-Spiel. Wo ihr nämlich eine Reihe von verschiedenen Helden sammeln könnt. Ihr könnt nämlich verschiedene Legenden... Legenden? Legenden? Ich musste mal gucken, wie das genau heißt. Ihr könnt nämlich verschiedene Titanen-Legenden, ihr könnt verschiedene Helden freischalten, sie beschwören, gegen eine Horde von verschiedenen anderen Personen kämpfen. Ihr könnt jetzt, denke ich, sogar auch online spielen. Es gibt PvP, es gibt PvE, dann gibt es Story-Mail-Kampagne. Wir werden uns das gleiche natürlich komplett anschauen, Leute. Und das Spiel auch antesten. Aber, ja, ich, ich, ich habe komplett... Ich habe es verkackt. Ich habe es einfach komplett verkackt. Aber ja, Leute. Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Und warum habe ich immer weniger FPS? Irgendwas, irgendwas passiert gerade. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß wirklich nicht, warum. Leute, wir haben nur noch 20 FPS. Ich habe es hingekriegt. Okay. Ich habe es hingekriegt. Oh mein Gott. Und ich weiß echt nicht, warum das Spiel jetzt nur noch in 30 FPS läuft. Aber ja, Leute. Wir haben es jetzt irgendwie hinbekommen. Und hier ist auch schon Doctor Strange am Start. Und ich denke, wir können jetzt als Doctor Strange spielen. Wir haben jetzt noch Hulk am Start und Doctor Strange. Ich denke, jetzt sollten wir anfangen, Doctor Strange zu spielen. So. Und deswegen, wie macht man Mods an? Leute, es ist so kompliziert. Ich kann euch das leider nicht alles zeigen, wie man die Mods installiert. Es ist wirklich eine Hordenarbeit. Es ist wirklich schwierig. Also, das muss ich einfach sagen. So viele Mod-Menüs, so viele Sachen. Das Spiel crasht vor allem so oft, ne? Vor allem, weil das Spiel immer geupdatet wird. Es crasht unfassbar oft so. Ähm. Ich weiß echt nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil wir jetzt als Hulk spielen. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir jetzt als Hulk spielen. Nee. Ich habe tatsächlich gerade irgendwas. Könnt ihr mir sagen, warum das Spiel so komisch läuft? Ich weiß es nämlich gar nicht. So. Jetzt geht es aber, Leute, in den nächsten Kampf. Und zwar werden wir jetzt als Doctor Strange spielen. Und zwar ist es nämlich ein anderer Held. Ein komplett anderer Held, den wir so noch nicht hatten. Und, äh, ja. So. Wie geht das nochmal? Äh. So. Add-on Pets. Äh. Ey, ich verliere ja ständig FPS. Das Spiel läuft ja nur noch in 27 FPS. Hä? Woran liegt denn das jetzt plötzlich? Liegt es am Wetter? Ey, das kann nicht am Wetter liegen, oder? Wir schauen das Spiel ganz kurz neu, Freunde. Ich weiß echt nicht, woran es liegt gerade. So. Jetzt werden wir als nächstes nämlich als, äh, Doctor Strange spielen. So. Moment. In der Zeit achte ich mal auf den Chat, Leute. Wir werden jetzt nämlich als Doctor Strange spielen. Und, äh, zusammen mit Hulk nochmal gegen die Siren Head Armee kämpfen. Wir haben es jetzt nämlich gerade mit Spider-Man leider nicht geschafft. Ähm. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Und, äh, ja. Spielst du immer noch Rattel Releption 2? Muss sagen, leider nein. Rockstar hat zwar geschafft, ein geiles Singleplayer-Spiel zu bringen. Aber der Online-Modus ist absoluter Schrott. Und, äh, Pay to Win. Der ist tatsächlich komplett, äh, ja. Würde ich sagen, Pay to Win. Jan Schmidt, danke für 1,88. Äh, 1,88 Euro in den, äh, im Live-Chat. Vielen, vielen Dank im Super-Chat. So. Ich hoffe mal jetzt, dass das Spiel nicht mehr so sehr laggt. Ich weiß echt nicht, woran es... Ja, kann sein, dass sehr viele Objekte gespawnt wurden durch Spider-Man. Weil ich sehr viele Drohnen gespawnt habe. Deine Kamera ist gerade gelaggt. Ja, das ist normal, Leute. Wenn das Spiel startet, dann laggt die Kamera. Der Stream laggt nicht. Nein, nein. Leute, der Stream laggt nicht. Macht euch keine Sorgen. Das lag gerade an GTA 5. Und vor allem, Leute, wir haben schon 4.000 Likes. Wir haben schon 4.000 Likes. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn, Leute. Für einen Livestream. 4.000 Likes ist krass. 4.000 Likes ist wirklich krass. Achso, und falls ihr euch fragt, was hier unten Einzahlung steht. Leute, wenn ihr bei Raid Shadow Legends eine Transaktion macht. Also, wenn ihr euch das Starter-Set gönnt. Wenn ihr Raid Shadow Legends feiert und mich supporten wollt und sagt, Ey, yo, ich kaufe mir jetzt ein Starter-Set. Dann, warte, es lag gerade kurz. Dann wird hier angezeigt, dass jemand eine Einzahlung gemacht hat in das Spiel. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn jemand eine Einzahlung in das Spiel macht, sich das Starter-Set gönnt, machen wir nochmal eine 20 Euro PSN-Kartenverlosung. Also, wenn jemand eine Einzahlung macht. So, jetzt lag das Spiel zum Glück nicht. Jetzt lag das Spiel. Ionspil, danke nochmal für 1,88 Euro. Vielen, vielen Dank nochmal. So, jetzt sind wir aber im Spiel drinnen. Und jetzt machen wir folgendes. So, ich lade nochmal die Szene. Beziehungsweise, ich kann ja direkt jetzt Doctor Strange spielen. Wollt ihr, dass wir den Doctor Strange spielen? Oder den Doctor Strange? Also, den mit den Armen. Den mit den Armen oder den normalen? Schreibt mal Hashtag normaler Doctor Strange oder komischer Doctor Strange in den Chat rein, okay? Reibst jetzt rein, Leute. Würde ich sagen, suchen wir uns jetzt schon mal unseren Begleiter. Hulk, komm on. Ich hoffe, du bist am Start. So, Spawn Hulk, Ally. Okay. Hulk ist natürlich am Start, Leute. So, da ist er auch schon, Bro. Und jetzt geht's los, Leute. Runde 3 gegen die Siren Head Armee. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr ready? Lasst ein Like da. Checkt Raid Shuttle Legends über den Link in der Beschreibung aus. Spielt das 5-Euro, 5-Euro, das 5-minütige Tutorial durch. Und ich würde sagen, jetzt geht es in die nächste Runde gegen den Siren Head. In den Kampf gegen den Siren Head. Ich hoffe, ihr seid ready und genießt den Stream, Leute. Ihr wollt den normalen. Normal, 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 komischer, normal, normal, komischer, komischer, komischer. Ich weiß nicht, wie viel. Ich würde sagen, wir nehmen den normalen Doctor Strange. Wir nehmen den normalen Doctor Strange, Leute. Wir werden ihn dann später ändern. Es sei denn, wir werden ihn verlieren. Dann haben wir ihn ganz gut. Hat gerade Hulk uns angegriffen und ist dann verschwunden? Leute, in dem Spiel gehen ganz komische Sachen ab. Ich glaube, Hulk, es hat es nicht gefallen, dass er so wenig Arme hatte. Ich glaube, Hulk hat es wirklich nicht gefallen. So. Aber jetzt holen wir uns den Hulk. Und jetzt geht es weiter, Leute. Jetzt geht es weiter. So, okay. Dann schauen wir mal rein. Ich hoffe mal, Siren Head lässt sich noch so ein... Siren Head? Wo bist du? Hallo. Hallo. Oh. So. Oh mein Gott. Oh nein. Ich habe vergessen, mir die Superkräfte zu geben. Ah, ihr habt auch... Ich bin Dulli, Leute. Ich bin so ein Dulli. Ich bin so ein Dulli, ne? Ich habe vergessen, mir die Superkräfte zu geben. Wir machen es jetzt nochmal, also... Nein! Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, das ging nochmal durch Umschalt-E, oder? Umschalt-T. Jawohl. Ich habe meine Kräfte. Ich habe meine Kräfte jetzt. So. Jetzt können wir nämlich, Leute, als Dr. Strange, wie ihr gerade sehen könnt, wir können einfach als ihn fliegen. Und das ist schon mal eine nice Sache. Dann haben wir natürlich noch zusätzlich die verschiedenen Kräfte, die uns der, ähm... Dr. Strange halt halt, ne? Der hat zum Beispiel so einen Protective Shield. Den kann er zum Beispiel nutzen. Er kann sich dann verteidigen gegen andere Leute. Das ist auf jeden Fall schon eine nice Sache. So. Wir haben noch einen neuen Mitstreiter. Wir haben jetzt schon 78 Downloads, Leute, bei Raid Shadow Legends. So. Aber ich habe dir noch nie was im Chat. Okay, ähm... Let's go, Alter. Let's go. Telepathie. Ich werde es lieber nicht am Hulk durchführen, die Telepathie. So. Aber an dem Typen, so. Schauen wir uns erstmal die Kräfte an, Leute, bevor Siren Head wiederkommt. Was ist das? Ein Portal? Wir haben Mystic Bolts. Was macht das? Ui! Ganz vorsichtig, Bruder. Das... Das war ein bisschen, äh... Was macht Hulk da? Was machst du da, Bro? Was machst du? Ey, ich weiß, du willst mich nur verteidigen. Aber ich habe die angegriffen. Nicht die Milch. Ich habe das gemacht. Banishment. Wir können jemanden, Leute, einfach... Wohin auch immer teleportieren. Wir können jemanden einen verdammen. Wir können hier... Pass mal auf. Weg mit dir. Du wirst jetzt weg sein. Ähm... Das hat nicht geklappt, weil da ist keiner da. Wo ist Hulk? Nein! Nein, Hulk! Nein! Wo bist du? Och, da bist du, ey. Ich habe mich schon gefragt, wo du bist. Alter. So, warte. Die Person können wir doch nehmen, ne? Jawohl! So, die ist weg vom Fenster. Die ist jetzt weg. Dann haben wir, Leute... Oh mein Gott, wir haben da sogar noch verschiedene. Wir haben... Wir können die Zeit zurücksetzen. Das würde ich aber lieber nicht machen, weil das zieht wirklich sehr viel Performance von meinem PC. Dann haben wir Telekinese. Okay. Jo. Das ist cool. Das ist... Was? 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 Lol. Der ist schon wieder meditieren. Hulk, dreh dich durch! Hulk! Hulk, was machst du da? Hey, Hulk! Komm wieder her! Ich glaube, der Mats einen 100-Meter-Sprint. Sein täglich 100-Meter-Sprint da hinten. Hey, Hulk, was machst du da, Bro? Komm mal wieder her! Ich muss mal... Ich schmeiß mal auf ihn. Hulk, geht's dir gut? Hallo? Hulk? Hulk? Hey, Hulk, wo bist du? Ah, da ist er, Leute! Ich habe mich schon gefragt, wo mein Bro ist. Wo ist Hulk? Habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. So. Und wir haben noch eine andere Sache. Und zwar können wir, Leute... Ich glaube... Ich glaube... Wie ging das nochmal? Ich glaube, wir können verschiedene... Wir können Telepathie machen. Eine Astralprojektion. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir können uns quasi unseren Geist verlassen. So. Unseren Körper verlassen. Und sind eine Astralprojektion von uns selbst. Und können uns fern bewegen. Und sogar Sachen machen. Ich weiß nicht, ob uns das im Kampf gegen Siren Head kämpfen... Äh, helfen wird. Aber wie ihr sehen könnt, wir können tatsächlich auch durch andere Dinge durchgehen. Sollte der Siren Head aber auch unseren Körper finden. Und uns angreifen. Sind wir sehr angreifbar. Weil wir sind gerade nicht zur Stelle. Das ist das Problem, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. So. Valid Parking. Please stop here. Okay. So. Und wir haben, Leute... Passt mal auf. Wir haben noch das hier. Oh! Wow! Was ist das? Was ist das denn? Ey, das haben wir noch nie probiert. Was ist das? RT. Ich drücke noch RT. Ey, es passiert nichts. Ey, es passiert nichts. Hey, du da hinten. Lust an einem Experiment mitzumachen? Oh mein Gott. So. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht es. Okay. Mystic Balls. Das haben wir schon probiert. Portal. Oh mein Gott. Das hier, Leute. Mirror Dimension. Seid ihr bereit, Leute, für diesen Effekt? Passt mal jetzt auf. Oh mein Gott. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringen soll. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll. Aber ihr könnt sehen, Leute. Wir haben Los Santos komplett auf den Kopf gestellt. Es ist komplett verrückt, was hier gerade abgeht. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, ey. Alter, mir wird schon ein bisschen schwindelig, wenn ich das sehe, ey. Ey, yo. Das sieht zu heftig aus. Und die Farben sehen so komplett anders aus. So. Wir machen es wieder auf die normale Sicht. Und so. Es ist... Jo. Wieder alles normal, Leute. Ich weiß nicht, was uns das bringen soll. Aber wir können es offensichtlich irgendwie benutzen. Irgendwie. Wir können auch einen Wind machen. Okay. Wusste gar nicht, dass das geht. Äh, so. Wo haben wir nochmal diesen Whip? So. Jetzt geht es weg. Okay. Leute, ich glaube, wir sind jetzt bereit, gegen Siren Head zu kämpfen. Wir haben zwar die Hälfte unserer Leben verloren. Aber ich würde sagen, wir sind ready, oder? Liebe in den Chat, Leute. Liebe in den Chat. Vielen Dank, Leute, auch, dass ihr euch so gut verhaltet in dem Chat. Das ist sehr, sehr, sehr cool und sehr wichtig. Und natürlich, Leute. Wir werden später auch Raid Shadow Legends spielen. Ähm, denn der Stream ist gesponsert. Hier oben rechts in der Ecke könnt ihr sehen. Äh, denn der Stream ist gesponsert von Raid Shadow Legends. Und wir haben jetzt schon 82 Downloads, Leute. Sollen wir auf die 100 Downloads kommen, wird es eine 10 Euro PSN-Karte geben. Deswegen, wenn ihr mitmachen wollt, Leute. Lade euch das Spiel über den Link in der Beschreibung runter. Und spielt das 5-minütige Tutorial durch. Dann kommt wieder zurück in den Livestream. Und, äh, ja. Dann macht ihr mit, Leute. Und dann seid ihr... Habt ihr die Chance, an der Verlosung mitzumachen. So, jetzt würde ich sagen, aber ist es soweit, dass wir gegen Siren Head kämpfen. Es ist soweit, Leute. Es ist jetzt soweit. Wir werden jetzt gegen Siren Head kämpfen. Okay. Let's go. Let's go, Leute. Wo ist Siren Head? Da ist er, da ist der Erste. Okay. So, Wind gegen ihn. Schmeißt ihn durch die Luft. Es funktioniert nicht. Oh, doch, es klappt, es klappt, es klappt. Ja. Okay, Hulk. Ich hoffe, du machst mit. Oh mein Gott, wie weit ich ihn geschmissen habe, Leute. Wie weit ich ihn geschmissen habe, Alter. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Nein. Alter, es sind voll viele von denen. Ich hoffe, Hulk macht mit. So, wir haben natürlich noch andere. Wir haben natürlich noch den Protective Shield, den wir gegen ihn nutzen können. Macht er mir was aus? Nein, er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Hulk, hilf mir. Hilf mir. Hilf mir, Bro. Oh mein Gott. Let's go, Alter. Oh mein Gott. So. Fert. Ich hoffe, Leute. Ich weiß nicht, wie wir es schaffen können, ne? Gerade verteidigen wir uns noch. Guck mal, er chillt. Er setzt sich hin. Er meditiert sogar. Oh, jetzt. Komm, schmeißen wir ihn durch die Lüfte. Es muss aber auch Hulk helfen. Es muss aber auch Hulk helfen. Oh mein Gott. Alter, Doctor Strange ist gar nicht schlecht. Doctor Strange ist nicht so schlecht, Leute. Oh mein Gott. Ja. Ja, Hulk. Yes. Genau. Genau, Bruder. Komm schon. Wir kriegen ihn nicht hin. Freunde, wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich möchte es euch zeigen. Moment. Ich habe gerade einen Spielfehler. Ich glaube, Siren Head hat mein Spiel gehackt. F in den Chat, Leute. Ich glaube, Siren Head hat mein Spiel gehackt. Ich würde es euch gerne zeigen, Leute. Ich würde es euch... Ich mache einen Screenshot. Pass mal auf. Pass mal auf, Leute. Lol. Wie ist das passiert? Pass mal auf, Leute. Guckt euch das mal an. Ich finde das mega creepy, muss ich sagen. Ja, mein Spiel ist gecrashed, aber... Aber ihr müsst euch vorstellen, wie? Guckt mal, ich habe hier gerade ein Foto gemacht. Es ist das schlechteste Foto, was man sich denken kann. Aber hier. Spielfehler. Bitte rebooten. Und das Spiel neu starten. Habe ich gerade im Kampf gegen Siren Head bekommen. Ich wusste nicht, dass der auch noch mein Spiel hacken kann. Oh, Leute. Wir haben die erste Einzahlung in Raid Shadow Legends. Ihr wisst, was das heißt. Wir machen eine 20 Euro PSN-Kartenverlosung. Das machen wir jetzt. Leute. Wir werden jetzt 20 Euro PSN-Kartenverlosung machen. Und dazu würde ich sagen, wir starten es direkt. Timer auf eine Minute. So. Leute, in einer Minute. Ihr habt jetzt Zeit, Hashtag Raid und euren Instagram-Namen dazu reinzuschreiben. So. Schreibt es jetzt rein, Leute. Wir haben eine Minute Timer. Dann wird es die 20 Euro PSN-Kartenverlosung geben. Und ich werde mir dann definitiv notieren, dass es auch er war. Und nicht jemand anders. Weil wir haben ja schon zwei Gewinner, die 10 Euro haben. Aber die 20 Euro Gewinner werde ich dann, Leute, ebenfalls auch aufschreiben. Deswegen, wir haben den Timer, Leute. Der Timer läuft. 30 Sekunden. 30 Sekunden. So. Leute. Timer. 17 Sekunden. 17 Sekunden haben wir noch Zeit. 17 Sekunden. 17 Sekunden. Dann geht es weiter, Leute. Okay, der Timer klingelt in 5, 4, 3, 2, 1. Und der nächste Gewinner ist... Der glückliche Gewinner, Leute. Hashtag Raid 087. 087. So. Stark reinzoomen. Ich zeige es jetzt mal. So. 087. So. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der Gewinner der 20 Euro PSN-Karte. Und danke schön an den Ehrenbruder, der die Einzahlung in Raid Shadow Legends gemacht hat. Vielen Dank, Bruder. Bedankt euch gerne bei ihm, Leute. Wie gesagt, wenn jemand sich das Starterpack in Raid Shadow Legends holt, wird es die nächste 20 Euro PSN-Karten oder Amazon-Gutscheinkarten-Verlosung geben. Deswegen, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich schreibe mir auf jeden Fall jetzt auf. 20 Euro gewonnen hat 087. Gönnt ihm, Freunde. Und macht mal alle einen GG an denjenigen, der gerade eine Einzahlung gemacht hat. Alle jetzt GG in den Chat. Alle GG, Freunde. Einfach mal bedanken bei ihm. Für die ehrenhoffvolle Aktion. Einfach mal für die Ehrenaktion bedanken. So, ich weiß jetzt nicht, was gerade passiert ist, Leute. Aber wir tun jetzt mal so, als wäre Doctor Strange erledigt worden. Wir haben jetzt noch eine Chance. Hulk gegen Siren Head. Alleine. Hulk gegen Siren Head. Ich hoffe, es wird klappen. Ich hoffe, es wird klappen, Leute. Ich hoffe, wir schaffen es. Let's go! So. Okay. So, jetzt sind wir Hulk. Nicer Buddy übrigens, Hulk. Sehr nicer Buddy, muss ich sagen. So. Iron Man! Iron Man, du bist da! Oh mein Gott, Leute. Hab ich's grad gesehen? Ist das Iron Man gewesen? Ey! Freunde. Iron Man, Bruder. Es geht ihm gut, Leute. Er hat sich auf jeden Fall wiederbelebt. Also, er hat sich halt wieder erholt. Und echt, echt, das wird nice werden. Leute, Iron Man wird uns jetzt im Kampf helfen. Das wird nice werden. Das wird nice werden. Leute, Iron Man ist wieder da. Ich dachte, er wird heute es nicht mehr schaffen in dem Livestream. Aber jetzt mal alle, jetzt seid mal gespannt, Leute. Iron Man und Hulk gegen die Siren Head Army. Ich bin gespannt, Leute. Dazu müssen wir aber jetzt in die Innenstadt von Los Santos. Das wird definitiv kein leichter Kampf werden. Das sag ich euch. Weil wir haben bisher nur den ersten gewonnen. Das 1 gegen 2. Also, wo ein Siren Head war gegen 3 oder 4 von uns. So, ich mach jetzt folgendes. Ich mach jetzt auch mal hier den Verkehr aus. Weil, ja. Das ist sonst ein bisschen, wie würde ich sagen, ein bisschen schwierig, ne? Ist ein bisschen schwierig. So. Let's go, Leute. Ich hoffe, ihr seid ready. Jetzt geht's weiter. Okay, Hulk. Let's go. Let's go. Ich hoffe, ihr seid ready. Oh, mein Gott. Alter. Let's go. Oder let's go. Komm. Komm schon. Oh, mein Gott. Iron Man, du schaffst das schon. Oh, mein Gott. Ja, Mann. Iron Man, du bist ehrenvoll. Schmeiß den weg. Jawohl. Schmeiß den Siren Head gegen den anderen Siren Head. Wo ist der nächste? This is not a test. Ja. Wir werden dich nehmen und schmeiß dich gegen die Wand. Alter, es sind so viele Siren Heads, Leute. Es sind so viele Siren Heads. Nein. 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 Komm, Iron Man. Danke an den nächsten Leute der Raid Shadow Legends. Wir haben jetzt 84 Downloads. Bald sind wir bei den 100 angekommen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist voll schwer. Thunderclap. Wo ist mein Iron Man übrigens? Wo ist Iron Man? Da ist Iron Man, Leute. So, helft Iron Man. So. Ja. Wie viele haben wir einen? Nein, oder nicht? Nein. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht, Leute. Wir haben ihn noch nicht erledigt. Es geht noch weiter. Alter. Komm schon. Komm schon, Leute. Wir müssen... Ich brauche irgendeinen Support in den Chat. Ich brauche jetzt irgendeinen Support. Wir müssen es zusammen schaffen. Wo ist euer Support? Let's go. Come on. Yes. Yes, komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ja. Iron Man. Weiter geht's, Kollege. Weiter geht's. Wir machen uns... Wir machen das nicht schlecht. Wir machen das nicht schlecht. Ich glaube, es waren drei oder vier Siren Heads, Leute. Oh, mein Gott. Alter, er kriegt mich aus der Luft. Hey, er kriegt mich aus der Luft. Er kriegt mich aus der Luft. Komm, Junge. Wo bist du? Wo ist er, Leute? Wo ist er? Wo ist er? Oh, mein Gott. Da ist er. Da ist er, Leute. Alter, da ist er. Da ist er. Da ist er. Oh, mein Gott. Oh, Jungs. Komm schon. Komm schon. Wir schaffen das. Na, komm. Oh, mein Gott. Jetzt, let's go. Bam, Junge. Das hat sie auf jeden Fall zuges... Zu... Zu... Zugesetzt. So. Ey, wie stark ist der, bitte? Wie stark sind die, bitte? Wie stark sind die? Das meine ich jetzt aber wirklich ernst. Ey, Iron Man, wie stark sind die? Ich glaube, wir werden das nicht schaffen. Ich glaube, wir werden das nicht schaffen, Leute. Haben wir einen? Ich glaube, wir haben einen. Wir haben einen. Zweiten. Wir haben zwei. Noch einer übrig. Es ist noch einer übrig, Leute. Wo ist der Letzte? Da ist er. So, ich hab dich. Jetzt, Leute. Let's go, Digga. Let's go. Komm, ich mach das jetzt so oft. Ich mach das jetzt so oft, bis wir ihn haben. Hä? Wo ist er denn? Da ist er. Nein. 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 Komm schon. Komm schon, Hulk. Komm schon, Hulk. Steh auf. Alter, der ist stark. Der ist stark. Der ist stark. Der ist stark, Freunde. Jetzt haben wir ihn. Okay. Iron Man. So. Greif ihn an, okay? Hier ist er. Okay, okay, okay. Er macht das gut. Er macht das gut. Er macht das gut. Haltet ihn fest. Haltet ihn fest. Nein. Ich wollte nicht Iron Man festhalten. Nein. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. So, Leute. Wir haben jetzt schon 89 Downloads. Bald sind wir bei den 100 angekommen. Okay, jetzt pass auf. Boom. Alter. Okay. Iron Man. Hast du eine Ahnung, wo er ist? Okay. Ich hab eine Idee, Leute. Wir switchen jetzt die Rollen. Wir switchen jetzt. Oh nein. Alter. Iron Man ist echt der geilste Held von allen. Guckt euch mal an, was der Typ macht. Er rasiert den Siren Head einhändig persönlich. Woo. Okay. Ich glaub, das wird doch nicht so easy. Iron Man. Iron Man. Alter, passt mal auf. Schaut euch das mal an. Er macht ihn komplett selbst fertig. Alter, macht er ihn fertig. Okay. Okay. Tom. Ey, ich kann nichts machen. Alter. Komm schon. Ja, Mann. Yes. Yes. Wer ist die Nummer 1? Wer ist die Nummer 1, Leute? Wer ist die Nummer 1? Ihr wisst es. Wer ist die Nummer 1 hier? Wer hat den Controller gerade durchgeschwitzt? Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, Leute. Wer hat den Controller hier gerade komplett durchgeschwitzt? Und den Kampf gegen die Siren Head Armee gewonnen. Ganz genau. Wir haben es geschafft, Leute. Ich hoffe, wir haben es aber jetzt komplett geschafft, Mann. So, jetzt spawne ich mal Spider-Man hier am Start. So, mal gucken. So. Alter. Oder was geht hier jetzt ab? Was geht hier ab? Alter. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Ja, was ist hier los? Es gibt noch mehr von denen. Es gibt noch viel mehr. Alter, das... Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Es ist zu viel. Alter. Steh auf. Steh auf. Wie viele sind das, Dicker? Wie viele sind das? Das Böse kert immer zurück, ne? Leute, ihr wollt, dass ich Thanos herhole, ne? Ihr wollt, dass ich Thanos hole, nicht wahr? Ja, ich dachte, ich hab die erledigt, ne? Zu früh gefreut. Hashtag zu früh gefreut, ne? Ich sag euch, ich sag euch, die haben irgendwo ein Nest. Die haben ein Nest. Die haben irgendwo ein Nest. Und die kommen einfach immer wieder. Wir haben, glaube ich, jetzt so fünf Siren Nets erledigt. Ich glaub, ein am Anfang, dann den anderen und dann haben wir verloren. Und noch drei. Und die anderen drei. Aber das waren sechs Stück. Sechs, sieben, acht Stück. Also ich sag's nur so, Leute. Die sechs müssen wir besiegen. Das müssen... Und alle wollen Thanos. Ihr wollt Thanos, ne? Ihr wollt Thanos. Ich seh's kaum. Ihr wollt Thanos. Thanos, Thanos, Thanos. Leute, ihr wollt Thanos. Okay. Wird alles andere als einfach werden. Da zeig ich euch, das wird alles andere als einfach werden. Leute. Ich sag's nochmal so. Wir machen das jetzt so. Wenn wir jetzt... Die 100 Downloads bei Raid Shadow Legends schaffen. Ja? Dann mach ich sofort Thanos. Ist alles egal. Dann mach ich sofort auf Thanos, okay? Also falls ihr jetzt, Leute, Raid Shadow Legends gerne, äh... Falls ihr das Spiel kennt oder falls ihr's noch nicht heruntergeladen habt. Spielt gerne das fünfminütige Tutorial. Ladet es euch über den Link in der Beschreibung herunter. Oder wenn ihr Ausrufezeichen Raid in den Chat hineinschreibt. Und dann wenn wir... Dann überlegt es mir, Leute. Dann werden wir Thanos spielen. Wir werden dann Thanos spielen. Iron Man wird's allein nicht schaffen. Er hat's schon einmal... Er hat's schon einmal versucht, aber er hat's nicht geschafft. So, warte. Wo war nochmal Iron Man? Hier war Iron Man, ne? So, genau. Hier war Iron Man, Leute. Ich weiß gerade auch gar nicht, was mit Iron Man... Oh... Der bewegt sich gerade ganz... Äh, äh... Ihnen geht's nicht gut. Ihr seht's, Leute, an seiner Körpersprache. Er hat kaputte... Kaputte Dingens. Er wird's nicht schaffen. Er muss zurück. Er muss sich zurückziehen. Die anderen Avengers sind erledigt. Und er wird's definitiv nicht schaffen können. Oh mein Gott. Oh, ich weiß, warum... Ich weiß, warum das liegt. Oder? Alter, ihm geht's echt nicht gut. Ihm geht's echt nicht gut, Leute. Iron Man geht's wirklich nicht gut. Mr. Stark. I don't feel so good. Oh mein Gott. Leute. Danke an den nächsten VIP. Vielen Dank. Warte, wir müssen zurück. Ihm geht's nicht gut. Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Rückzug. All right. Okay Alles klar, Leute So Das wird nicht leicht sein Das wird nicht leicht sein Wir haben sehr viele verloren, Leute Die Avengers sind alle geschlagen, würde ich sagen Auch Iron Man hat leider nicht genug Kraft, um es alleine zu schaffen, würde ich sagen Also Thanos hat vor allem die Fähigkeiten Wir werden niemals mit Thanos zusammenarbeiten können Wir müssen selber als Thanos spielen Wir müssen wohl selber als Thanos spielen Das wird alles andere als einfach werden, Leute Ich kann es euch sagen Schreibt alle Thanos, ihr wollt alle Thanos, okay Achso, übrigens, Leute, an diejenigen, die sagen, warum geht der Counter gerade nicht hoch Das liegt daran, dass es so leicht verzögert ist Also wenn ihr das Tutorial durchgespielt habt Das ist, ähm, habe ich gesagt bekommen Dass es ein paar Minuten Verzögerung gibt Bis der Counter dann wirklich weiter hoch geht Auf 100 Deswegen, Leute, wie gesagt, jetzt geht es hoch Jetzt geht es hoch, Leute Der Nächste ist reingekommen Wir haben jetzt die 92 Ich gehe mir ganz kurz, Leute, nochmal hier nachfüllen Und dann komme ich vorbei, Leute Obwohl, ich bin gleich zurück, Leute, okay Ich bin gleich sofort zurück Oh, mein Gott Achso, in der Zwischenzeit, Leute Kann ich euch den Trailer hier abspielen gerne Also in der Zwischenzeit kann ich euch gerne den Trailer hier abspielen Ähm, so Alles klar Let's go Der RPG Mobile Hit 2019 Jetzt Cross-Plattform, auch für PC Das gleiche tolle Gameplay Brandneue Animationen Mehr als 3 Millionen aktive Spieler Eine massive Online-Community Raid Shadow Legends Hol's dir jetzt auf Plerium Play So Okay Ich bin back, Leute So Wir machen das jetzt hier live, Leute Wir werden das hier live jetzt machen Also, Leute, ihr habt es gesehen Raid Shadow Legends Wir werden das Spiel gleich anspielen Wenn wir jetzt mit Thanos spielen Also, wir werden uns das jetzt gleich anschauen Und, äh Ich dachte mir Ich mache mir jetzt hier live den Banator Könnt ihr ebenfalls natürlich gerne abchecken Aber Ganz wichtig, Leute Raid Shadow Legends Der heutige Sponsor im Video Im heutigen Livestream Wir wollen Thanos Ihr wollt alle Thanos, okay Let's go, Leute Ihr kriegt Thanos Ich sag euch, ihr kriegt Thanos Ein kleiner Augenblick, okay So Dann werden wir uns in Thanos verwandeln Und dann Wird's losgehen, Leute Thanos Gegen Alle Thanos gegen Alle Sirenheads, die ihr kennt Alle Sirenheads Die komplette Sirenhead-Armee Und Das wird auf jeden Fall nice werden Das wird sehr nice werden Sag ich euch So Ihr hört schon Er kommt Der nächste kommt So So Ein Löffel 92 Downloads Haben wir, Leute Und wenn wir die 100 schaffen Plus Tutorial Ihr wisst Bescheid Dann Wird's eine weitere Verlosung geben Also eine weitere 10 Euro Verlosung Deswegen Nicht vergessen abzuchecken So Thanos wird alles zerstören 760.000 erreicht Ja, Mann Vielen Dank, Leute Dass wir die 760.000 Abonnenten erreicht haben Und 5000 Likes Übrigens Übersteuere ich gerade Wenn ich so reinspreche Hallo, hallo Ist das zu laut? Also wenn es zu laut ist Dann kann ich das Mikrofon Ein bisschen weiter wegmachen Ist sehr wichtig zu wissen Weil ich sehe nur Dass es ausschlägt Und ich wollte halt Nur mal nachfragen Ob es bei euch Ebenfalls so ausschlägt Das ist nur ein Sound Ja, er kommt Er kommt Alle wollen Thanos Ihr kriegt Thanos, Leute Ihr kriegt Thanos So Dafür Gehen wir hier hin Leute Na? Ist es das, was ihr wolltet? Ist es das, was ihr sehen wolltet, Leute? Thanos ist in the game Thanos ist im Spiel, Leute Und wir haben eine Reihe von Fähigkeiten Die Avengers haben es leider nicht geschafft Ich hoffe, dass es Thanos schaffen wird Wir haben wirklich eine ganze Reihe von Fähigkeiten Wir können zum Beispiel auch Das hier rufen, Leute Und wir können es wieder zurücktun Warte mal kurz Ich habe ein paar Portale Achso Ah, okay, cool Ey, das ist ja nice Okay Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert Mit Thanos übrigens Also So, zerstöre ihn jetzt Leute, wir machen es jetzt kaputt Wir machen Sirenenkopf jetzt kaputt Wir werden ihn zerstören Wir werden ihn jetzt komplett auseinandernehmen Okay Leute, let's go So Ich glaube, der Shaker ist bei mir ein bisschen undicht gewesen Ich habe ihn echt wieder mal falsch zugemacht Oh Mann So Ich glaube, jetzt ist es besser Ich glaube, jetzt ist es besser Okay, Leute Ich hoffe, ihr seid ready Falls ihr noch nicht ein Like da gelassen habt Dann wisst ihr, was zu tun ist Dann lasst ihr jetzt gerne ein Like da Aber dann können keine Videos mehr mit Siren Head kommen Leute Wer sagt denn, dass es heute vorbei ist? Wer sagt denn, dass wir heute gewinnen? Ich weiß es nicht Wir werden jetzt schauen Wir werden jetzt schauen, Leute Siren Head kann immer zurückkommen Es kann auch sein, dass Thanos In einer anderen Dimension ist Und vielleicht durch die Zeit reist Wir wissen es nicht Deswegen, Leute Jetzt geht es aber los Ich bin gespannt Ich bin sehr gespannt Sollen wir die maximale Anzahl machen? Sollen wir die maximale Anzahl an Siren Head jetzt machen? Okay Ich bin ready Ich bin so ready Let's go Oh mein Gott Das sind zu viele Das sind zu viele Bro Das ist zu viel Das ist zu viel Das ist zu viel Alter Kann er Nein, nicht Telekinese Mach direkt Powershoot Alter Was ist los? Bruder Was machst du? Alter Wenn wir alleine sind Das geht nicht Stopp 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 Alter Wie viele sind das? Ich kann ja nicht mal weg Ich kann nicht mal weg Stopp So Ich schnipp's jetzt mit den Fingern Es ist vorbei Ich schnipp's Ich versuche Bye ! Ich schnipp's Tschüss Attention National Units Citizens are reporting at 187 Suspect is hijacked in LS Transit bus Units respond Code 3 Ah Oh Sag mal Was war das? Ey Wir können ja gerne mal so tun, als wäre nichts passiert, okay? Wir können ja jetzt gerne mal so tun, als wäre nichts passiert Und wir versuchen Sollen wir es nochmal versuchen? Sollen wir es nochmal versuchen? Sollen wir es nochmal? Leute Lasst es uns nochmal probieren Das ist nicht passiert Es ist einfach nicht passiert, oder? Es ist nicht passiert, oder? Oh nein Nein Ihr wollt, dass ich es nochmal probiere, ne? Ihr wollt es Ja Ich hab mich schon gefragt Was, bitteschön, ist da gerade passiert? Oh mein Gott Alter Oh mein Gott, wir können den Zug mal versuchen aufzuhalten Leute, pass mal auf Warte, kann man den Zug mal? Ich Ich Warte Ich hab den Zug Ich hab den Zug aufgehalten Ich hab den Zug aufgehalten, Leute Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott, Alter Was, bitteschön Ich hab den Zug wieder, Leute Okay Ich würd sagen, wir machen's jetzt, Leute Let's go Let's go Ich bin zwar noch nicht bereit Aber ich mach mal so Infinity Beam einfach benutzen Einfach Infinity Beam benutzen Wir benutzen jetzt die ganze Zeit den Infinity Beam Dankeschön, Moritz Birkel für ein Euro im Super Chat So, Leute, wir machen jetzt Jetzt geht's los, Alter So, erstmal auf Distanz Alter, der kommt ja nicht mal zum Sch... Bruder, kannst du mal bitte? Alter, es geht nicht Snap, 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 Finger Snap, Finger Snap, Finger Was passiert hier? Ich seh nichts Ich seh nichts Oh mein Gott Let's go Let's go Komm schon, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go Leute Ich glaub, ich hab alle ausgeschaltet Ich weiß, das war zwar die dümmsten Das war zwar die einfachste Art Aber wofür hast du einen Infinity Handschuh? Wofür hast du denn sonst einen Infinity Handschuh? Wir haben grad Wir haben alles Wir haben Leben Alles Leben ausgelöscht, Leute Alle Avengers weg Also so wird's definitiv nicht enden können Das ist, glaub ich, Leute Endgame Das ist... Wir haben alles kaputt Alles weg Alles weg Ihr seht's Niemand ist mehr da Wir gehen jetzt mal in die Innenstadt, Freunde Ich... ich will nur... Ich will nur mal gucken Ich versuch mal den Verkehr anzumachen Ich will nur mal gucken, ob hier noch Leute sind Nein Es ist alles weg Sionet ist weg Avengers sind weg Alles ist weg Keiner fährt mehr die Autos Leute, wir haben damit offiziell, glaub ich, Sionet einfach so... Wir haben alles ausgelöst Also wir haben Sionet besiegt Aber wir haben Auch alles besiegt Das heißt Leider... also Wir müssen es zurücksetzen Sonst würde es nicht mehr klappen Wir müssen es zurücksetzen Sonst würden wir hier... also... Es zählt... Keine Ahnung, Leute Haben wir gewonnen oder haben wir nicht gewonnen? Also es ist eigentlich... ja Wir haben gewonnen Wir haben... wir haben alles ausgeschaltet Wir haben mit Thanos es geschafft Wir haben es mit Thanos geschafft Wir haben es nicht mit den Avengers geschafft Aber wir haben es mit Thanos geschafft Aber ich glaube, es gibt mehr als genug Gründe, Leute Dass wir es auch noch weiter versuchen Mit vielleicht anderen Charakteren Später in Zukunft Leute, uns fehlen nur noch drei Downloads Dann haben wir die 100 Downloads, Leute Von Raid Shadow Legends Oh, es fehlt nur noch zwei Nur noch zwei, Leute Noch zwei Leute fehlen uns Noch zwei Leute fehlen uns Dann haben wir die 100 Dann geht es zur nächsten Verlosung Oh, oh Noch einer fehlt Leute Wer wird der Ehrenbruder Der sich jetzt als hundertste Person Raid Shadow Legends herunterlädt Und das fünfminütige Circa fünfminütige... Oh Wir haben es, Leute Wir haben die 100 Punkte Wir haben die 100... 100 neuen... 100 neue Registrierung 101 Yes, Leute Let's go Let's go, Leute Let's go Also ich sehe, einige haben tatsächlich gesagt Es zählt als Sieg Aber wir werden... Es ist nicht final Das heißt, Siren Head wird zurückkommen Weil wir es ja zurücksetzen müssen Wir haben jetzt schon noch zwei, Leute Also, Freunde Jetzt würde ich sagen, es ist Zeit Für die nächste Verlosung Von einer 10-Euro-PSN-Karte In Raid Shadow Legends Also über... Über Raid... Also... Durch Raid Shadow Legends-Runterladungen Werden wir jetzt eine neue 10-Euro-PSN Oder Amazon-Verlosung machen So Ich würde sagen, Leute Timer auf eineinhalb Minuten So Oder warte mal, komm Timer auf eine Minute Ja So, eine Minute, Leute Wir haben eine Minute Wir haben es geschafft, Freunde Ich würde sagen Wir schauen uns mal Jetzt bitte die Basis an Von Iron Man Ob vielleicht noch Iron Man da ist Weil ihr habt ja gesehen, Leute Dass Iron Man In einer eigenen Basis noch da war Deswegen teleportieren wir uns Jetzt mal zu ihm Und schauen mal Ob er vielleicht noch da ist Und ihr wisst, was zu tun ist, Leute Hashtag Raid Und euren Instagram-Namen Jetzt in den Live-Chat reinschreiben Und dann werden wir jetzt, Leute Gleich GTA schließen, Freunde Und Raid Shadow Legends spielen Und ja Wir haben es auf jeden Fall geschafft Wir haben Siren Head Gut Sagen wir, wir haben es geschafft, Leute Weil im ersten Versuch Hat Thanos nicht gewonnen Wir haben jetzt quasi eine Alternativ-Version Wo Thanos alles Alles ausgeschaltet hat Oh oh So, wir sind drin Mr. Stark I don't feel so good Hallo Mr. Stark Tony Stark Hallo Hier ist niemand, Leute So, Timer ist beendet, Leute Ihr könnt es gerade hören Und der Gewinner, Leute Der nächste Gewinner ist Jetzt bin ich gespannt, Leute Werdet ihr in Euro PSN oder Amazon Gutscheinkader 3, 2, 1 Let's go So Und zwar Ist es der liebe Salksi240 So Herzlich What? So Herzlichen Glückwunsch Salksi240 Du bist auf jeden Fall jetzt der Gewinner Ähm Sorry an die anderen, die da drunter Das leider nicht geschafft haben Aber ich würde sagen Wir machen auf jeden Fall das nächste Ziel, Leute Falls jemand eine Einzahlung macht In Raid Shadow Legends Sich das Starter-Set holt Wird es eine weitere Verlosung geben Und zwar im Wert von 20 Euro PSN Und Wenn wir das Ziel von 130 Downloads schaffen Dann wird es den nächsten geben 130 Downloads Dann wird es auf jeden Fall auch den nächsten geben Leute, ich würde sagen Jetzt ist es Zeit, das Spiel zu wechseln Wir werden jetzt GTA 5 beenden Und eine Runde Beziehungsweise wir Ich werde euch jetzt das Spiel Raid Shadow Legends zeigen Bevor wir uns das allerdings anschauen, Leute Noch ganz kurze Informationen Was Raid Shadow Legends für ein Spiel eigentlich ist Ich persönlich habe es, Leute, auch schon vor dieser Kampagne Vor dieser Promotion selber gespielt Muss ich sagen Vor so circa einem Jahr Habe ich das Spiel tatsächlich ein paar Runden lang gespielt Ein paar Stunden lang gespielt Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel Jetzt würde ich euch allerdings zeigen Was dieses Spiel ganz genau ist Und zwar, Leute Raid Shadow Legends ist halt ein Free-to-Play-Spiel Ihr könnt es euch kostenlos für iOS und Android runterladen Und jetzt ganz neu Auch für PC Über den Link in der Beschreibung Die Grafik ist nochmal viel, viel besser geworden Die, ähm, das Gameplay ist halt sehr simpel Macht sehr viel Spaß Wir werden es auf jeden Fall, Leute, jetzt gleich antesten Und, ähm, ja Es gehört aktuell zu den Top 3 Der Mobile-RPG-Spiele Und zwar mit über 15 Millionen Downloads Leute, 15 Millionen Downloads Haben sich das Spiel schon gegönnt Und, äh, ja Wir haben jetzt weitere 100 auf jeden Fall dazu gepackt Und, äh, das ist auf jeden Fall schon eine krasse Hausnummer Muss ich sagen Und man sammelt verschiedene Champions Es gibt über 400 Champions in diesem Spiel Thanos ist leider keiner von diesen Champions Aber, wer weiß Ich weiß es nicht, Freunde Und es kommen halt immer wieder neue Champions dazu Also, zum Beispiel 14 neue Champions kommen jeden Monat rein Und du kannst dein eigenes Team bauen Und Glory, äh, kämpfen in PvP Oder in der eigenen Kampagne Wir werden das deswegen jetzt mal antesten, Leute Und es gibt halt ein sehr cooles Belohnungssystem in diesem Spiel Und deswegen, Leute, würde ich sagen Jetzt machen wir erstmal GTA 5 aus Und starten direkt eine Runde in Raid Shadow Legends, Leute Ich hoffe, dass, ähm, ja Ihr euch das Spiel gerne gönnt Wenn es euch gefällt Über den Link in der Beschreibung könnt ihr es gerne auschecken, Leute So, und ich würde sagen Wir machen es an Und ich bin so durchgeschwitzt Ihr könnt es nicht glauben, Leute Es ist so heiß Es ist so heiß hier drin Es ist einfach so heiß hier drin Errungenschaft abgeschlossen Was habe ich abgeschlossen? Was habe ich abgeschlossen? So, wir sind jetzt drin, Leute Und wir können, äh, übrigens Da, genau Wir können nämlich auch tatsächlich, äh, ein paar Sachen uns holen, Leute Und ihr werdet entscheiden, was für ein Pack wir uns holen Also, wie gesagt Ähm, ja Mit Ausrufezeichen Raid könnt ihr gerne über den Stream Elements Chatbot Den Link, ähm, zum Runterladen aufrufen Oder über der Beschreibung Und ihr müsst das 5-minütige Tutorial durchspielen, Freunde Dann werdet ihr nämlich hier unten als Warrior eingetragen Ihr könnt auch eine Einzahlung machen Ich werde jetzt selber mal eine Einzahlung machen Vielleicht wird es ja angezeigt Das wird jetzt auf jeden Fall interessant sein Also Wir können uns hier tatsächlich entscheiden für einige der Pakete Und erstmal würde ich sagen Machen wir ganz normal spielen Also wir haben hier unsere Champions, Leute Ich kann's Mein Facecam ist gerade im Weg Also wir haben halt hier diesen Champion Und Leute Ich muss sagen, das Spiel sieht von der Grafik her Verglichen mit dem, äh, PC Also verglichen mit dem Handy Sieht es auf jeden Fall schon viel, viel besser aus als vorher Also ich muss sagen Nein, real talk, Leute Die Grafik, äh, die Modelle der Charaktere Sehen detailreicher aus als in GTA 4, muss ich sagen GTA 5 Das ist auf jeden Fall schon sehr positiv So, rüsten wir erst nochmal ein paar Sachen für den Angriff aus Damit unsere Helden auch schon ordentlich Power haben So, und noch ein paar Stiefel So, gönnen wir uns so, Leute So, Grüße aus Chemnitz Du bist der beste YouTuber Vielen, vielen Dank, Bruder Und, äh, ja Ich hoffe, dass euch der GTA-Part des heutigen Livestreams gefallen hat Jetzt wird's, wie gesagt, an Raid Shadow Legends weitergehen Und wir haben einfach unfassbar viele Möglichkeiten Gerade haben wir nur noch zwei Leute Deswegen, jetzt geht's in die Kampagne, Leute Und ich glaub, wir haben das hier Ist der Sound übrigens okay? Also ist der Sound, äh, ist er laut? Ist er leise? Sag mal Bescheid So, let's go, Alter Ich bin gespannt Ich bin gespannt, so So Ich könnte nämlich Autoplay machen Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten, Leute Ihr könnt hier eure Moves einsetzen Die ihr, sag ich mal, äh, gegen die Gegner benutzt So, wir haben jetzt zum Beispiel Ich halte das mal gedrückt Greift ein Gegner zweimal an Schaden basierend auf Angriff Machen wir jetzt mal auf die drauf Und wir haben den nächsten Warrior ange... äh, angegriffen Wir haben den nächsten Warrior, Leute, im Spiel Und sie greift jetzt erstmal ihn an So, zwei Hits, perfekt Wir haben jetzt 104 Leute am Start Und Leute, falls euch das Spiel gefällt Das Spiel könnt ihr euch gerne über den Link in der Beschreibung herunterladen Ist ein gesponserter Livestream Vielen Dank für die Kooperation Und übrigens auch danke an euch, an meine Community Denn ihr macht, Leute, auch solche Projekte möglich So Und falls ihr euch denkt Äh, ich bin aber nicht so... Ich bin noch nicht so drin in diesem Spiel Dann könnt ihr gerne hier unten links, Leute, auf Auto klicken Und das Spiel übernimmt, sag ich mal, das Kampf... äh, das Kämpfen für euch Heißt nicht, dass ihr jetzt gerade am besten kämpft Ähm, das automatische Kampfsystem kann vielleicht auch, sag ich mal, Moves machen Die ihr als Person vielleicht besser machen könnt Und jetzt haben wir auch schon den nächsten Sieg gemacht Und ihr könnt zum Beispiel auch die Geschwindigkeit auf doppelt stellen So, haben wir jetzt einen neuen Champion freigeschaltet? Ne, aber ich kann jetzt einen neuen Schild ausrüsten So, der macht uns besser, okay So, aber ich hab jetzt, Leute, irgendwie Bock Beim Portal können wir uns jetzt auch mysteriöse Splitter gönnen Wir haben jetzt 70.000 Silber Und 31... Okay, Leute, wir beschwören jetzt einfach mal ein paar Helden So, ich kenne dich schon seit 5K Oh mein Gott Seit 5.000 Abonnenten Nice Wow, was ist das für ein Champion? Alter, das ist einfach ein Hund Also, so ein Zombie-Hund Sehr cool Höllenhund Level 1 So, was haben wir noch? Nicht genügend Ressourcen Achso, ich hab nicht genug... genug Ressourcen Okay So, Fusion Ich könnte auch Helden fusionieren Oh mein Gott Also, ich... Leute, ich hab das Spiel letztes Jahr schon gespielt Und es hat deutlich mehr Funktionen, als es damals so war Also, es gibt jetzt viel mehr Sachen, die man auch anpassen und auch ändern kann Man kann auch Freunde einladen Man kann zusammenspielen So, und wir haben jetzt den nächsten... Ja, der nächste ist jetzt hier dabei Jetzt 105 Leute am Start So, Missionen Nice Gönnen wir uns erst mal Und ich spiel das hier einfach, Leute, am PC Also, es ist ein Mobile-Game, aber jetzt auch neu auf PC-Spiel So, habe Bock auf Raid Aber ich kann mir das Spiel nicht runterladen, weil mein Handy nicht dafür kompatibel ist Das ist kein Problem, Bruder Weil dieses Spiel spiele ich gerade auch auf dem PC, wie ihr sehen könnt Das ist hier nicht, äh... Schaut mal, Leute Das ist hier Maus Ich spiele es tatsächlich auf PC Das ist brandneu hier Ähm... Feiere ich übrigens auch sehr So, jetzt können wir uns auch im Laden anschauen Und Leute Ihr könnt jetzt entscheiden, was wir uns hier gönnen Also Sollen wir uns hier ein Anfänger-Paket für 1 Euro gönnen? Also ich kann mir, äh... zum Beispiel 80 Euro haben wir Budget, Freunde Wir können das Aufstiegspaket, ähm... kaufen Splitter Dann haben wir noch leeren Splitter Mit denen können wir Helden beschwören Die uns dann helfen können Es gibt eine Bank, da können wir uns Silber holen Das ist auch schon nice Super Deal 109 Euro Ich glaube, das übersteigt so ein bisschen mein Budget So, da haben wir noch einen am Start Juwelenladen Da können wir uns vieles gönnen Leute, was sollen wir uns gönnen? Was sollen wir uns hier gönnen? Schreibt's jetzt gerne mal in den Chat Schreibt's gerne mal in den Chat, Leute So Ich bin mal gespannt, also Tägliche Fortschritt Ah, okay Und das sind hier, äh... Heiliges Paket Hole dir einen epischen, legendären Champion und Belohnungen Ein heilig, zwei leere, vier antike Splitter Okay, okay Das ist schon cool, das ist schon cool Dann haben wir ein Einstiegspaket Kriegen wir dann Helden dazu Ah, die lilanen Splitter Die können uns, äh... Damit können wir uns noch andere Champions holen So Tägliches Juwelenpaket Ja, das ist nice Ich würde sagen Oh, heiliges Gründerpaket Ein epischer, legendärer Champion Leute, ich glaube, wir gönnen uns das, ja? Sollen wir uns das? Aufstiegspaket Also ihr schreibt das Aufstiegspaket Tägliches... Wo ist denn das Aufstiegspaket? Aufstiegspaket Was bringt das denn? Magiatrank Krafttrank Seelentrank Lehrentrank Tränke Silber Juwelen Okay, das bringt schon vieles Aber es bringt keine Champions Damit kann ich keine Champions, ähm... Bringen Und Anfänger Fortschritt Ist das eine Art Season Pass? Ich glaube schon, oder? Das ist auch nice Okay, Leute Ich glaube, wir gönnen uns das hier jetzt So Okay So Ihr werdet jetzt nichts sehen, Leute Deswegen Let's go So Mhm Ich logge mich hier ein Also ihr könnt jetzt gar nichts sehen Deswegen macht euch keine Sorgen, Leute So Okay Alles klar So Danke für deine Bestellung Nice Jetzt zurück geht's zum Spiel So Okay Ich denke, das sollte jetzt soweit gut geschrieben werden Ja Ich habe auf jeden Fall jetzt Neues Silber bekommen So Schauen wir mal nach Ist das jetzt, äh... Gut geschrieben worden? Ich habe es gekauft, oder? So Ich habe bisher aber noch keine Mail bekommen Noch keine Benachrichtigung Deswegen würde ich sagen, komm Wir machen erstmal eine ganz normale Schlacht Einfach nochmal weiter hier in der Kampagne So Schlacht Nummer 4 Und den Hund Den nehmen wir mal jetzt erstmal nicht So Komm Lass mal bei dir automatisch kämpfen Hoffentlich zieht ihr richtig durch Ähm Alter Okay, let's go Komm schon Ja Das sind nice Kampfanimationen, finde ich Also ich finde, das sieht sehr geil aus Und das sage ich jetzt nicht nur, weil das hier jetzt ein Placement ist, Freunde Ich finde persönlich wirklich, das sieht sehr ästhetisch aus Vor allem die Grafik hier mit den ganzen Wassereffekten im Regen Es sieht sehr cool aus Es sieht wirklich nice aus Also was wir aus dem Spiel gemacht haben, ist echt schon nice So Ist das Runde 3 von 3? Letzter Angriff Bam, Junge Okay Und damit, Leute, haben wir Kauf erfolgreich Perfekt Ist das unser... Oh mein Gott Kreuzritter Level 1, Freunde Ich glaube, das ist dieser Legend... Ne, ungewöhnlich Ungewöhnlich Boah Der sieht nice aus So So ein Thanos wäre schon heftig, ne So ein Thanos wäre schon heftig Also, Leute Wir haben jetzt unsere Champions Den haben wir jetzt dazu bekommen So Aber ich habe jetzt In mein... Ah, Laden Ja, das sind meine Sachen Okay, cool So Let's go, Leute Freunde Freundebewerbung Alter Meine Güte Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt... Es gibt ein... Achso, jetzt meine Einzahlung ist drin, Leute Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe jetzt eine Einzahlung in das Spiel gemacht Und Wir machen jetzt eine Verlosung Wir machen jetzt eine Verlosung Also, Freunde Ihr wisst, was zu tun ist Hashtag Raid Und euren Instagram-Namen Jetzt in die Kommentare schreiben Und ich werde jetzt 20 Euro PSN-Kartenverlosung machen Zwei Minuten wird der Timer sein Timer auf zwei Minuten So, Freunde Timer ist auf zwei Minuten gesetzt Ihr habt zwei Minuten Zeit, Leute An der Verlosung jetzt teilzunehmen Wir werden jetzt währenddessen Ein paar Leute beschwören Ich werde jetzt einen Legendären Oder epischen Champion ziehen Sollen wir... Komm, wir machen es gleich Wir machen es gleich, okay? Wir fangen erst mal an Mit einem mysteriösen Komm Gönn uns was Gutes Gönn uns was Gutes Okay, okay Der sieht nicht schlecht aus Der hat einen Angriff Okay, alles klar Wir werden uns so ein bisschen reinfuchsen In dieses Spiel So Also Komm Einen von denen, Leute Gezielte Champion Booster Zehnstündig Weitere Details zur Beschwörungsinfos Leute Wünscht mal Packluck, okay? Wünscht mal ein bisschen Packluck Okay Schreibt jetzt alle in die Kommentare Ihr wisst, was zu tun ist Hashtag Raid Und euren Instagram Namen Ich mache jetzt auf, okay? Ich mache jetzt auf Ich mache Augen zu, okay? Sagt mir auf, was Gutes ist Ich gucke jetzt nur noch in den Chat Sagt mir auf, was Gutes kommt Oh mein Gott Alter, ich kann nicht hinsehen Ist es was Gutes? Ist es was Gutes? Was sagt der Chat, Freunde? Ist es was Gutes? Ist es nice? Ich gucke mal Vier Sterne Vier Sterne Episch Oh, schade Ich dachte, das wäre jetzt ein legendärer Okay, wir haben aber einen epischen Champion, Leute Und die hat einfach Die hat einfach fünfmal mehr Leben Als die vorherige Was hat die für Fähigkeiten? Verleiht allen Verbündeten Bis auf diesen Champion für zwei Runden Einen 50% Verbündeten-Schutz Ich weiß gar nicht, was da alles steht Aber das Das Steigert Widerstand der Verbündeten Kann ich noch einen beschwören? Ah Es fehlt ein Splitter Okay Komm Fünf von denen Let's go, Alter Der Timer ist vorbei, Leute Und der Gewinner Der 20 Euro PS Oh, der sieht nice aus Der ist ein Seltner Nice Drei Zwei Eins Und Der nächste Gewinner, Freunde Ist Firat Dugan 11 So Firat Dugan 11 Herzlichen Glückwunsch Du bist der Gewinner Der 20 Euro PSN Oder Xbox-Karte Und Ja Das ist auf jeden Fall nice So, ich schreibe jetzt mal auch auf 20 Euro Firat Dugan 11 So Herzlichen Glückwunsch So Ich hoffe, du freust dich Und Ja, ihr hofft Ich hoffe, ihr verdankt, Leute, die Einzahlung über mich So Ihr habt aber gesehen, dass es ein bisschen verzögert war Deswegen, Leute Der sieht nice aus Der sieht sehr wild aus Der sieht sehr wild aus Komm Wir gönnen uns nochmal vier Champion Oh Alter Drei Sterne Auch ordentlich LP Sieht sehr gut aus Also Ja Sehr nice So Drei können wir von denen noch öffnen Drei können wir noch öffnen Was ist das für ein Ding? Was ist denn das für ein Ding? Achso, übrigens, wenn das Ingame ein bisschen zu leise ist Ich kann es gerne noch ein bisschen lauter machen, Leute So Ich hoffe, jetzt ist es laut genug So Wir können noch zwei beschwören, Leute Wir können noch zwei beschwören Okay Lol, der sieht geil aus Der sieht nice aus Ey, der ist cool Der ist cool, Leute So Und wir haben jetzt Noch ein Zwerg Oder noch so ein Ringer Level 1 Ringer Level 1 Auch drei Sterne Okay Jetzt können wir viermal mit mysteriösen Splitter noch was öffnen, Leute Der Fleischer Das ist ein Schwein Oh Das war ein Schwein Oh Ah, gewöhnlich Könnte ich theoretisch Leute einfach aufopfern Um später einfach noch einen anderen zu bekommen So, was haben wir hier? Ja, das ist auch ein gewöhnlicher Werde ich alle wegwerfen Weg mit den, Leute Oh, das ist grün Das ist, glaube ich, ungewöhnlich Vollstrecker Der Typ ist auf jeden Fall Ein Vollstrecker Wollte ich gerade sagen Okay Wir haben nochmal eine ungewöhnliche Und Ja So Ich glaube, das sind erstmal alles, Leute Was wir hatten Die wir öffnen können Ich glaube, wir haben noch ein paar Ziele erwischt So Nope Wir gönnen uns jetzt erstmal noch nicht Aber Wir haben XP Boost Wir haben Index Wir haben Missionen erreicht Oh, Level 4 Let's go, Alter So Let's go Okay Ich würde sagen Wir gehen jetzt erstmal in den Kampf, Leute Abschnitt 5 Guckt euch mal an, wie viele Champions wir haben Wie lange geht das Stream noch? Leute Bis Mitternacht geht der Livestream Ähm Ja Ich bin raus Schreibt einer Also vielen Dank, dass du dabei warst Grüße gehen raus an dich Und Ja Guten Abend Schönen Abend Und gute Nacht wünsche ich dir So, Leute Wir gönnen uns jetzt als unseren Main Champ Den werden wir Ah, das ist der Chef Okay, das ist der Chef So, dann nehmen wir auch noch den Hund Und ich würde sagen Die Die ist auch sehr gut Ja Leute, passt mal auf Damit werden wir rasieren Passt mal auf, Leute Wir werden damit jetzt rasieren Ich mache auf doppelte Geschwindigkeit Schaut jetzt mal hin Schaut jetzt mal hin Wir werden die rasieren Oh mein Gott Ist der stark Und wir sind auf Level 1, ne Die werden ja noch stärker mit der Zeit Die haben noch richtig großes Potenzial Alter, dieser Hund, ne Der sieht wie ein Biest aus Der sieht wirklich wie ein Biest aus Komm schon Let's go Let's go Ich finde das auch cool Wenn man manchmal bei so einem Game Auch einfach automatisch gucken kann Wie seine Helden Wie seine Titanen Oder, ähm Die Champion Der hat einen ausgelöscht Das hat der nicht gemacht Hat der nicht gemacht, ey Guck mal, die eine Die steckt gar nichts ein Also die Alter, der Hund ist stark Der hat ein bisschen wenig Gesundheit Okay, Leute Wir haben nur einen Stern gemacht Bei diesem Level Okay Also ich muss sagen Der Champion, ne Captain Tamila Das ist ein 4 Sterne Typ Ich weiß nicht, was bei dem los war Aber der braucht irgendwie einen Boost Ich glaube, der braucht nur einen Boost Irgendwas ist mit dem falsch Irgendwas ist mit dem falsch So, wir können jetzt auch ein paar Hier in der Champion Höhle Können wir welche verschieben Ich würde sagen Wir verschieben einfach mal Die hier in die Höhle Und, äh Was machen die dann? Wisst ihr, was die dann machen, Leute? Wisst ihr, was die machen? Warum hörst du Mitternacht auf? Äh, ja Weil ich 3 Stunden dann gestreamt hab, Bruder Also, ähm Aber falls du Bock hast Dass wir mehr Bitte den Stream nicht löschen Nein, keine Sorge Der wird online bleiben Leute, ihr könnt euch den Stream gerne Immer anschauen, okay? Der wird online bleiben Macht euch keine Sorgen Der wird auf jeden Fall online bleiben So Okay Alles klar Wir haben Fähigkeiten Weiterkämpfen Boah, es gibt ein Perk Tree Was? Wie? Okay Leute, ihr seht's, ne? So ein bisschen lost bin ich schon So viele Möglichkeiten, wie es gibt Und den Typen natürlich, Leute Der ist, glaube ich, der bekannteste Der ist halt vom Cover von, äh Den kannst du dir ganz am Anfang auswählen Wenn du das Spiel startest Ich glaub, man kann die Sachen entfernen Und dann sind sie für immer weg, ne? Genau Man kann manche Sachen nehmen So Alles klar Dankeschön Wir haben jetzt schon 111 Downloads, Leute Wie gesagt, bei 130 Downloads Ähm Werden wir die nächste Verlosung machen Damit ihr Bescheid wisst Also es fehlen nicht mehr viele, Leute Dann haben wir bald die 130 Downloads geschafft So Okay Ich würde aber sagen Bevor wir jetzt in den Kampf gehen Wir haben ja noch ein paar Sachen Zum Einfordern So Let's go, Alter Let's go Missionen haben wir auch noch ein paar geschafft So Energie Yes Let's go Okay Also Wir können ab Level 6 noch andere Sachen freischalten Freunde einladen Ich könnte meine Freunde einladen Ja, das könnte man Dann könnte man noch einen Bonus bekommen Und wir haben hier noch einen Bonus So Nice Also je länger man spielt Desto mehr Boni kriegst du dann auch noch drauf So Dann gehen wir jetzt, Leute, in den nächsten Kampf Wir haben nämlich bald alles fertig So Okay Auf dem würde ich Warte Ich würde die gerne upgraden Kann ich das machen? Ja Ich kann Ich kann was machen So Bei der Würde ich gerne Ein bisschen was anpassen Kann man die verbessern? Ich weiß nicht mehr genau Wo ich sie noch verbessern kann Aber Ich könnte Ja Ich könnte die Leben verbessern Also Wir hatten gerade diesen einen Typen Ich glaube, das war der, ne? Ach, das sind die Okay Die hat wirklich nicht so viele Gesundheit gehabt Ich weiß gar nicht, warum die so schnell down gegangen ist Aber die werden wir erstmal upgraden So Ausrüsten So Einfach, Leute, jetzt zocken wir mal weiter Wir müssen ja ein bisschen vorankommen Und dann schalten wir natürlich noch weitere Klamotten und so weiter frei Okay Let's go, Kollege Die ist voll schwach Ach, das ist die, ähm, die blaue, ne? Boah, die geht sehr schnell down Die geht sehr schnell down Also ich überlege mir wirklich, ob ich sie noch weiter nutze Weil sie hat wirklich eine sehr schwache Gesundheit Und die schlagen halt alle auf sie drauf Wirklich alle schlagen auf die drauf Ja, und sie ist down Sie ist down Okay, das ist gar nicht so eine gute Idee, die zu haben Vor allem, weil die anderen, die sind ein bisschen stärker Ich glaube, ich muss die ersetzen Ich muss die ersetzen, Leute Was meint ihr? Ist sie, ist sie, ist sie Ach, die ist nicht so gut, ne? So Jetzt ist das Finale Das ist jetzt der Finalkampf Die schläft jetzt ein Okay, okay Aber ich mag den Hund Den werde ich behalten Der Hund wird auf jeden Fall dabei bleiben, Leute Let's go Let's go So Wer war denn das? Die, ne? Die ist wirklich gar nicht gut Die ist überhaupt nicht gut Ich werde die ersetzen mit dem Typen dort hinten Ich werde die auf jeden Fall ersetzen So, wir haben jetzt Dungeons freigeschaltet So, in den nächsten Kampf ziehen wir jetzt Also ich werde die jetzt ersetzen mit dem Bruder Und diesem Bruder Kann ich jetzt auch mal noch neue Schuhe verpassen Damit er noch ein bisschen stärker wird Und, äh, ja Dann gehen wir in den nächsten Kampf, Leute Und das ist schon der Bosskampf Von der ersten Kampagne Vom ersten Kapitel Und Leute, falls euch das Spiel interessiert Falls ihr das Spiel cool findet Raid Shadow Legends Dann ladet es euch gerne Über den Link in der Beschreibung runter Ihr könnt es entweder für iOS oder Android runterladen Oder jetzt auch neu auf dem PC Wie ich gerade auf dem PC spiele Und, ja, ihr supportet meinen Kanal, Leute Unten seht ihr das ebenfalls, Leute Wenn jemand das Spiel heruntergeladen hat Und, ähm, ja Jetzt kommen wir zum nächsten Kampf, Leute Den möchte ich gerne Den möchte ich gerne aber in langsamer Geschwindigkeit sehen Und ihr seht, der eine Typ Der ist schon viel stärker als die eine Frau Und der Hund haut hier richtig einen drauf Jetzt, bam, bam, bam Mach mal richtig, bam, bam Komm, mach Action Genau Und jetzt, Hund, mach mal richtig Rambazamba mit dem Typen Und jetzt macht er den Finisher setzen Und der Hund kommt jetzt, Leute Mit dem letzten Angriff Und, bumm, Alter So ist das dann Boah, Alter Deswegen, Leute Falls euch das Spiel gefällt Ihr könnt es über den Link in der Beschreibung herunterladen Spielt das 5-minütige Tutorial durch Und ihr werdet unten dann, äh, als Warrior angezeigt Und, äh, ja Danke für jeden Einzelnen, der mich dabei supportet Und vielen Dank für eure Unterstützung Dass ihr auch auf meinem Kanal dabei seid Falls ihr neu seid, lasst gerne natürlich auch ein Abo da Und, äh, ja Wir haben einfach 5.500 Likes auf diesen Livestream Kuss Wirklich Kuss geht raus an euch alle So Seine Befehle wurden von einem Botschafter aus seinem Quartier aus der östlichen Front übermittelt Das konnte nur eines bedeuten Die Kompanie muss durch die, durch die vom Krieg verzerrte Stadt nach Arnok gelangen Oh mein Gott, wie viel habe ich denn freigeschaltet? Neuer Champion Die Kriegerpriesterin Alter, ich habe so viel geile Ausrüstung Richtig nice Das rüste ich jetzt mal aus auf meine absolute Champion Die hat es verdient Die kriegt eine Komplettausrüstung jetzt Ich gebe ihr Komplettausrüstung Ja Ja, ja Ersetzen So Und passt mal auf, Leute Ich werde die Sachen jetzt verbessern Alter Pass mal auf, Leute Wir werden die jetzt so verbessern Wir werden die jetzt so sehr verbessern Gött euch, Leute Gött euch mal, wie stark diese Waffe jetzt sein wird Alter Oh, erfolglos Die Waffe wird jetzt viel mehr Schaden machen Okay So Komm schon Nochmal verbessern Ah, komm Yes So Verzauberung können wir noch machen So Ich werde das hier auch noch verbessern Das ist ja das coole, Leute Ihr könnt eure Champions nicht nur sammeln Ihr könnt sie auch opfern, um andere Champions zu beschwören Und, was ich auch nice finde Ihr könnt halt diese Champions mit verschiedenen Sachen aufbessern Und, äh Ja, warte Wir machen jetzt mal Auf Level 8 verbessern Und dann schauen wir mal Ob wir das hinbekommen Sind wir jetzt auf Level 8? Ist das Level 8? Ne, oder? Weiß ich gar nicht Ja, und du kannst halt verschiedene Sachen Äh, Ausrüstung auf deine Champions drauf tun Diese Sachen kannst du noch verbessern Und, man Ist es halt belohnt Weil du immer wieder Die Sachen upgradest, ne? Was war deine Kindheitskonsole? Ähm Meine Kindheitskonsole war Der Gameboy Advance, würde ich sagen Und Heimkonsole Playstation 2 War die erste, die ich habe Was kostet der Imbanator? Ähm Dieser Shaker, meinst du Genau Der Imbanator, Leute Kostet, glaube ich 34,99 Und ihr kriegt den Shaker dazu Die ersten 250 Bestellungen Und wie gesagt Ihr seht, Leute Ich trinke das halt jedes Mal Ich feiere den Geschmack Und ich mag es halt einfach sehr Der Maracuja-Geschmack ist halt geil Ich habe leider keine Eiswürfel mehr gehabt Sonst würde er halt noch besser schmecken Äh Ich muss mir wieder neue Eiswürfel machen Das ist halt einfach das Geile Ja So Spielst du noch Fortnite? Sorry, Leute Heute spiele ich kein Fortnite Generell Ich habe das Spiel auch leider auf dem PC nicht Also ich habe es leider auf dem PC auch deinstalliert So, wir machen jetzt tatsächlich ein paar kleine Verbesserungen So Auf Level 4 verbessern Okay Wir haben einen neuen dabei So Ist auch alles super nice gemacht, muss ich sagen Ich muss einfach fast gar nichts machen Der macht es automatisiert upgraden So Okay, der Brustpanzer Leute, wir werden jetzt die stärkste Waffe Wir werden der stärkste Champion von allen werden Auf Level 8 verbessern Pass mal auf Ich mache dieses Upgrade nur, damit wir jetzt richtig durchziehen Wir werden jetzt richtig rasieren Ich bin sehr gespannt Ich bin sehr gespannt Gute Nacht Ja, M Ich wünsche dir auch gute Nacht So Hat alles super geklappt So Jetzt ist das schon mal ausgerüstet Wir könnten das jetzt theoretisch auch auf den anderen machen Die hat zum Beispiel gar kein Ne, warte Die haben wir ja gar nicht ausgerüstet Die wollen wir auch nicht haben Ich kann dem Hund noch ein paar Sachen geben Ich weiß zwar nicht, warum ein Hund sowas haben sollte Aber ja, wir haben jetzt 150 Leute Äh, 115 Wenn wir noch 15 weitere bekommen Dann wird es die nächste Verlosung geben Also ihr wisst, was zu tun ist Genau, Leute Runterladen Und das 5-minütige Tutorial spielen Also registrieren Runterladen Und 5-minütiges Tutorial spielen, Leute Und dann Werdet ihr in der Liste sein Und wenn wir jetzt nur noch 14 Stück haben Dann Ihr wisst Bescheid Dann gibt es die nächste Verlosung Okay Krass Ich kann das tatsächlich nicht ausrüsten Ja Ah, Neulingswettbewerb Wir könnten theoretisch bei einem Wettbewerb mitmachen So, wir haben hier noch ein paar Missionen Grüß mal alle im Chat mit Namen Ja, ich grüße jeden Einzelnen Also Dominator HD Harris Scandery Verena Ringler Dominator HD nochmal King of Crafting Matteo Young Fragezeichen, Fragezeichen Manuela Färber Jugendgamer Bina Zakiri Josef Mardanali Master 183 Und so weiter Vielen Dank Ihr rastet die ganze Zeit aus Leute Falls ich euch nicht grüße Nehmt es mir nicht übel Ich versuche euch hier mit dem Livestream Auch zu entertainen Und wenn ich es nicht die ganze Zeit schaffe Auf den Chat zu achten Dann tut es mir leid Ähm Ja Nehmt mir Nehmt mir das nicht übel Leute Ich versuche euch die ganze Zeit In einem Flow hier Diesen Livestream Flow Technisch Beizubringen Und äh Ja So weiter geht's Komm 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 Ich will den nächsten Kampf Ich will wissen Oh jetzt können wir mit mehreren Leuten kämpfen Also Unser Champion ist der Chef Dann nehmen wir ihn Dann nehmen wir dann natürlich noch unseren Ehrenhund Und ich würde Ja Wie nehmen wir noch Wir könnten sie nehmen Aber sie ist sehr schwach Egal Obwohl Ich sehe ja wie die Teamstärke ist Wir Komm Wir geben der Blauherrigen noch eine Chance Wir geben der Blauherrigen noch eine Chance Okay let's go Alter Let's go Komm schon Schaut euch mal an Wie viel Leben sie jetzt hat Die da mit der Level 3 Die hat jetzt einfach drei Balken mehr dazu bekommen Guckt mal wie Wie easy wir durchkommen Guckt mal wie Guckt mal wie krank die hier heftig ist Haha Alter Keine Ahnung warum Aber ich finde das halt Voll geil zu sehen Dass es mal so einfach durchkommt Ich finde das halt voll cool So Okay Leute Ich kommentiere das jetzt hier auf eine aufregende Art und Weise Also Wir haben jetzt den letzten So Weiter geht's Und wir können jetzt direkt weitermachen Wir machen direkt in den nächsten Kampf weiter Das ist das geile Leute Bei Raid Shadow Legends Ihr geht in den Kampf rein Dann geht ihr in den nächsten Kampf Dann geht ihr in den nächsten Kampf Und so weiter Ihr könnt aber dann auch noch eure Helden Weiterhin upgraden Und ihr könnt es Wenn ihr wollt Automatisiert laufen lassen Ihr könnt aber auch sagen Ey Nein Ich möchte jetzt hier Zum Beispiel Ich möchte jetzt hier Ähm Meine Verbündeten ein bisschen supporten Mache ich jetzt aber nicht Ich mache hier den Angriff Bumm Die ist erledigt Dann mache ich wieder auf automatisch Und es läuft wie am Schnürchen Leute Es läuft wie am Schnürchen würde ich sagen So 2021 PS5 GTA 5 Leute Ist einfach peinlich GTA 5 nochmal auf PS5 Auf der einen Seite freue ich mich schon Dass es noch eine neue Version gibt Alter Die sind gerade zwei Level geupdated worden Auf der einen Seite freue ich mich Dass GTA 5 nochmal Ähm Ein Update bekommt Ein Grafikupdate Aber das ist halt auf Kosten Um GTA Auf Kosten dessen Dass GTA 6 nochmal verschoben wird Das finde ich halt einfach traurig Vor allem die Präsentation des Trailers Das war armselig Die haben einfach Trailermaterial von alten Trailern genommen Von PS3 und PS4 Zeiten Die haben nicht mal gute Grafik gezeigt Die haben nicht mal PS5 Die haben einfach nicht gearbeitet Ich kann jetzt sagen GTA Rockstar Hat nicht gearbeitet Die haben einfach Jede Deadline verpasst Ich weiß nicht was deren Problem ist Die würden mit GTA 6 Geld des Todes verdienen Die würden so viel Geld verdienen Ich verstehe es nicht Ich weiß nicht was eure Meinung dazu ist Vor allem das ist ja gar nicht mal so schwer Die könnten GTA 4 remastern Die könnten GTA San Andreas rausbringen Eine neue Version Gibt so viels Leute Machen sie aber nicht Das finde ich halt super traurig Super traurig Oh Level up Alter Taverne freigeschaltet Steigere das Level deiner Champions Und stärke sie Erhöhe die Ränge deiner Champions Und okay Dann let's go Auf geht's zur Taverne Ah Das ist die Taverne Das ist die Taverne Das ist die Hauptplatz Das ist die Hauptplatz Das ist die Hauptplatz Und die neue Champions Jo You can sacrifice Weakere Champions To gain XP And level up quickly Yes Leveling up Increases The Champions Stats Making their Skills Even stronger Okay Also wir nehmen jetzt natürlich Den absoluten Oberboss Champion Und den werden wir jetzt Verbessern Jetzt müssen wir Andere Champions nutzen Bruder Ich wusste ja gar nicht Dass man diese Dinger nutzen kann Um die Champions zu leveln Alter Die ist jetzt einfach so viele Level aufgestiegen Das ist heftig Den Hund Nein, nein, nein Den opfer ich nicht Den opfer ich nicht Ich opfer vielleicht den Und den Ja So Ich habe jetzt noch ein paar Champions geopfert So Der ist jetzt auf level 15 Komm Die hat Die hat eine Chance verdient So Dann nehmen wir den Bruder So Und Der Hund Der hat auch noch Ein Ein Drink verdient So Okay Ich glaube den Hund kann ich jetzt auch noch Upgrades bringen Offensive Ausrüsten Hey Moment So Was ist das So Let's go Alter Okay Ich werde jetzt meine Champions erstmal nicht ändern Okay Champion Paket Ich könnte mir das gönnen Ne Die hat auch geile Ausrüstung Sehr nice Ausrüstung Wir schauen mal Leute Wir warten nochmal ein bisschen ab So Hier haben wir den großen Saal Oh Was bringt mir das Magie Seele Kraft Ah okay Verbesserung Wir haben einen weiteren Warrior Leute am Start Hast du das neue Paper Mario ausgetestet? Ne noch nicht Habe ich leider noch nicht ausgetestet Leute Ah okay Ich muss Medaillen bekommen So 118 Leute Es fehlen noch 12 Stück 12 Stück zur nächsten Verlosung Also falls ihr es auschecken wollt Schreibt Ausrufezeichen Raid In den Live Chat Checkt entweder die Videobeschreibung aus Ladet euch es runter Oder Ähm Ja Der Chat wird es auch anzeigen Leute Also auch im Chat wird man das sehen können So Jetzt geht es weiter Leute Wir haben unsere Champions jetzt hart abgegradet Also die sind jetzt sehr 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 mächtig Muss ich sagen Sehr mächtig Jetzt guckt euch das mal an Guckt euch das mal an Ich kann mich zurücklehnen und wir gewinnen das jetzt Pass mal auf Das wird ein Easy Win Also so easy Dass es One Hit ist Ist es noch nicht Guck mal Level 8 da schon Boah Der macht die fertig Der macht die richtig fertig Bam bam Okay Jetzt haut sie einen noch auch raus So Ey keine Chance Gegen uns hast du keine Chance Gegen uns hast du halt keine Chance Easy Weiter geht's Leute Keine Ahnung warum Aber ich fühle das Feier das Kannst du mich grüße Ich grüße Hero 11 Ich grüße jeden einzelnen Von euch Ähm Ich sag nur eins Das neue Paper Mario ist richtig geil Ja ich bin sehr gespannt Bin sehr gespannt Ich hab gehört Dass es leider kein Level System gibt Da Ist auch Domtendo ein bisschen kritisch da gewesen Weil Das war ja früher so in Paper Mario Dass man auch gelevelt ist Das hab ich auch damals gefeiert Die Gamecube Version Ich wollte sie immer mal komplett spielen Aber ich hatte nie eine Gamecube Oh yes So kommt schon Yes Ah der ist stark Der ist stark Komm let's go Jetzt mach mal Genau Ich weiß gar nicht was dein Problem war Die ganze Zeit Mensch Abschnittsauswahl Okay Also Haben wir jetzt was neues freigeschaltet Wir haben ja Diamanten Wir haben Medaillen Wir haben Diamanten Ich weiß nicht was ich mit den Diamanten machen kann Was kann man mit den Diamanten nochmal machen Leute Wisst ihr das noch was man mit Diamanten machen kann Ich könnte nochmal drei Leute beschwören Ja Schade Den opfern wir gleich Den opfern wir gleich Aha Was hat die für Fähigkeiten Rankenfalle Okay Fusion Jetzt weiß ich nicht was Fusion macht Ne Das sind glaube ich absolut legendäre Champions Ne Ja Das sind totale legendäre Champions So Wo war nochmal Taberne Ne Genau Ähm Wir wählen jetzt nochmal Unseren Hund aus Das ist noch ein bisschen schwach Fähig Doppelter Champions Uh Wir haben einen weiteren Leute Fehlen nur noch elf Stück Leute Fehlen noch elf Okay 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 Ah wir haben ein paar Komm Ich will wissen was er hat Schaden plus fünf Ja Ist doch mal geil Ist doch mal nice Dem Hund Ah ne Komm ich kann Ich kann dem Ich geb mir mal zwei Stück Zerschlagen Nochmal Schaden plus fünf Okay So dann haben wir nochmal die eine Komm Ich supporte die mal Ich supporte die mal Die hat sich jetzt in den letzten Kämpfen Gar nicht so schlecht geschlagen Die war gar nicht mal schlecht Heilung plus zehn Abklingzeit minus eins Ja So okay Jetzt haben wir aber auch Rangsteiger Ja okay Also wenn ich jetzt einen Rang Eins habe Okay Dann muss ich welche Achso die gehen noch nicht Die gehen noch nicht Auf Okay nehmen wir mal den Champion Steigert die Basiswerte Ah okay 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 Jetzt machen wir erstmal Levelaufstieg Der Hund hat noch ein bisschen wenig Ist egal Ist egal Machen wir So Hund ist nochmal ein bisschen stärker geworden Okay Herausforderung Abgeschlossen So und jetzt Ich glaube ich wollte Großer Saal Was war das So meine Champions Jetzt upgraden wir nochmal kurz meine Champions Also die eine Die haben wir schon richtig stark gemacht So Den Typen Geben wir nochmal die Handschuhe So Und verbessern machen wir es erstmal nicht Könnten wir machen eigentlich Könnten wir eigentlich Könnten wir so machen Komm Machen wir um acht Level verbessern Versehen wir mal ob es funktioniert Oh So Ey Come on So Machen wir auf Level 4 verbessern Dann gibt es immer einen neuen Bonuswert Und Ja Kann sein dass vielleicht die einen oder anderen von euch denken Das es so ein bisschen kompliziert ist Aber es ist eigentlich nicht so Leute Weil Das Spiel nehmt euch schon bei der Hand Muss man sagen Und das was ich cool finde Ist es gibt euch viele Möglichkeiten Also Ihr könnt eure Champions Auf verschiedenste Art und Weisen upgraden Indem ihr Sachen ausrüstet Sachen verbessert Den Champion levelt Oder eurem Champion neue Fähigkeiten zuweist Da gibt es halt viele Möglichkeiten So Bei ihr kann ich jetzt leider nichts machen Ich habe keine neue Ausrüstung Auch nicht für den Typen Okay Dann müssen wir jetzt weitermachen Leute Müssen wir jetzt weitermachen Wir haben hier noch was im Index freigeschaltet Oh mein Gott Das ist glaube ich die Das sind glaube ich alle Champions die es so gibt Ja So Dann gehen wir jetzt in den Schlacht Wir können auch Dungeons machen Ja Dann machen wir mal Dungeons Okay So Dann sie Dann sie Dann er Ach da gibt es noch einen Oh Jetzt haben wir ein kleines Problem Leute Ich habe noch nicht den trainiert Ich habe noch ein paar Champions nicht so sehr trainiert Wir nehmen den Uga Oder Das ist kein Uga Das ist ein Zwerg So komm schon Leute let's go Ich dachte schon gerade der Gegner ist Level 15 So Let's go Weiter geht's Ich hoffe dass wir es schaffen Also es sollten wir schaffen Sollten wir schon schaffen Yes Come on Boah Der Hund hat richtig gegeben So Okay Ist halt ein rundenbasiertes Kampfsystem Wer halt die Größte Ausdauer hat Also wo der gelbe Balken am größten ist Der ist jetzt als nächstes dran Ich glaube sie greift jetzt an Oh mein Gott Vorsichtig Let's go Die beiden verteidigen sie So einer von denen erledigt Jetzt kommt noch ein Hit Oh Aber sie Sie macht nicht viel Schaden So jetzt pass mal auf Ah Sie heilt sich ein bisschen Hä Ach so Wir machen ihre Leben Immer Stück für Stück weniger Okay Ja jetzt haben wir sie aber Ja gleich haben Oh der Zwerg ist schwach Der Zwerg ist schwach Leute Der Zwerg ist schwach Jetzt komm Komm Die Level 15er Ach warum heilt die denn die Leute Mach doch einen Angriff Die heilt sich wieder Komm schon Ey die ist Die ist echt nicht so So easy Komm Yo Ich wollte es gerade sagen Yes Haben wir jetzt was freigeschaltet So Yes Leute Wir haben noch einen am Start 121 haben wir jetzt schon So Mhm Ich dachte du spielst Avengers vs. Siren Head Ja Leute haben wir auch ganz am Anfang des Streams gemacht Die ersten zwei Stunden haben wir Avengers gegen Siren Head gemacht Also falls du es verpasst hast Kannst du gerne zurückspulen Kannst du gerne zurückspulen Der Livestream bleibt nämlich als Video auch erhalten Also ihr könnt euch das komplette Video dann später nochmal anschauen So So jetzt gehen wir aber weiter in die Kampagne Leute Denn wir haben hier denke ich den nächsten Bosskampf Bald Am Start So Okay Ich kommentiere jetzt einfach mal Easy Yes One Hit Also Der war ja nicht One Hit Weil er hat schon was abbekommen Komm schon Wir brauchen diesen einen One Hitter Wir brauchen jemanden der so einen starken Angriff hat Weißt du was mich aufregt An der die Level 15 hat ne Die nutzt meistens die Zeit um die Leute zu heilen Das liegt aber auch daran weil ich es auf Automatik gestellt habe Clans Ich könnte Clans beitreten Okay Kann ich auch einen Clan gründen Wenn Ah ich kann noch nicht Okay Leute wenn wir Level 13 erstellt sind Dann kann ich einen Clan gründen Dann könnt ihr dann beitreten Wir sind gerade Level 10 Also noch 3 Level brauchen wir Okay So Leider kann ich niemanden anfordern Ich frag mich wie ich äh Mysteriöse Splitter kann ich so finden Okay Ah okay Ja nice Yo Leute jetzt geht's aber ab Wir können auch auf schwer spielen Ach Hey das wusste ich nicht mal Aber wir müssen vorher diesen Abschnitt durchspielen Okay cool 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 Okay So Die hat leider keinen Schmuck Dem Hund kann ich auch noch nichts geben Ja Also ich bin schon gespannt wenn wir bald Ähm Die Upgrades auf den nächsten Charakteren machen können Und ich glaube Da wo blau ist Ist Vorteil Typen Vorteil gegenüber den anderen Und rot ist Typen Nachteil Kann das sein? Oder ist es Ob die Overleveled sind Das weiß ich jetzt nicht genau Noch 15 Minuten Dann ist der Stream leider vorbei Schade Leute ich werde noch ein bisschen streamen Macht euch keine Sorgen Okay Macht euch keine Sorgen Ich sag's euch Wenn wir die Downloads noch schaffen Die 130 Downloads Dann Ähm Ja Dann werde ich auf jeden Fall Noch ein paar Minuten extra spielen Also ich seh jetzt Ich bin grad so Ganz cool Leute Also ich find das cool Sehr entspannt das Spiel Und ähm Ich will wissen wie weit wir kommen Ich will noch mindestens Level 13 erreichen Freunde Let's go Digga Let's go Yes Okay Und bam 2400 Hits So Lass uns das Spiel mal speedrunnen Dungeons freigeschaltet Ja die hab ich aber schon gerade gemacht Dungeons hab ich grad schon gemacht Neuer Champion Oh mein Gott der sieht böse aus Die sieht sehr böse aus Die sieht sehr böse aus Also sie Ich brauch auf jeden Fall Klamotten für sie Deswegen Sehr gut Jetzt können wir nämlich endlich was ausrüsten Jetzt kann ich sie nämlich verbessern Die ist nämlich gar nicht so schlecht Also sie macht schon Das ist krass wie viel Durch die Ausrüstung man an Upgrades bekommt Also ihr seht's ja hier unten ne Die kriegt alleine für diese Schuhe 800 LP mehr Das heißt ich hab die gerade von der Gesundheit her verdoppelt Und ihr Angriff ist 20% stärker geworden Und wenn ich das Ding dann noch verbessern würde Also um 4 Stufen Dann ist der Angriff hier von 12 Von 12 Geht das hoch Geht das hoch auf 41 Bruder Ich brauch mich selber gar nicht wundern Warum ich so schwach war am Anfang Boah So Nein Nicht Nicht entfernen Verbessern Let's go Es reichen keine 15 Minuten Ich werde noch weiterspielen Leute Ich werde den Stream jetzt noch nicht Punkt 0 Uhr beenden Okay Wir werden noch ein bisschen weiterspielen Macht euch keine Sorgen Ein bisschen werden wir noch mal spielen Rund ums mal bitte Ich mach's noch ein bisschen Ich mach's noch ein bisschen Leute Leute Macht euch keine Sorgen Macht euch keine Sorgen Wir sind noch mal hier am Start Puh Oh Mein Rücken ne Der tut schon so ein bisschen weh vom Sitzen Aber nicht so sehr Nicht so sehr So Oh Wir haben einen weiteren Raid Shadow Legends Warrior Ein weiterer der hier am Start ist Leute es fehlen nur noch 8 Stück 8 Leute Also Wenn ihr das Spiel noch nicht runtergeladen habt Könnt ihr mir kurz einen Gefallen tun Leute Damit ihr auch meinen Kanal supportet Ladet euch das Spiel über den Link in der Beschreibung runter Venombeast 88 Danke für 2 Euro Nicer Streamer Weiter so feiern deine Videos Vielen vielen Dank Leute tut mir einen kurzen Gefallen Lasst uns die 8 Downloads Die 8 Downloads jetzt noch schaffen Also das Spiel Über den Link in der Beschreibung herunter Runterladen Registrieren Und das Tutorial spielen Ganz wichtig Ihr müsst das Tutorial spielen Denn sonst zählt es nicht Ihr müsst das Tutorial durchspielen Freunde Und dann werdet ihr zählen Wenn wir 130 schaffen Mach ich nochmal eine letzte Oder vorletzte 10 Euro PSN Kartenverlosung Damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst Also lasst uns das schaffen Leute Die 130 Downloads noch Voll zu kriegen Das wäre auf jeden Fall sehr nice So Erstmal hier Sachen einfordern Nice Okay Haben wir das jetzt durch? Ja Okay Weiter geht's zum nächsten Kapitel Würde ich sagen So Okay So jetzt suchen wir unseren Chef aus Dann nehme ich die Dann nehme ich den Und den Hund So Okay Let's go Leute So spät noch im Zocken Ah Vielen Dank So Philipp Herbst Danke für 5 Euro Und super Chat Dankeschön Bro Habt ihr das gerade gesehen? Der Typ hat gerade Multiangriff gemacht Auf verschiedene gleichzeitig Ah Er ist nicht direkt One-Hit Aber man sieht Wie viel Leben Die machen gerade Wie viel Wie viel Leben Der hat Alter Das war stark Das war gerade stark Das war gerade sehr nice Yes 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 Oh Wir haben einen weiteren Mitspieler Leute Wir haben nur noch sieben Stück Es fehlen nur noch sieben Stück Sieben Stück Sieben Stück Sieben Stück Sieben Stück fehlen noch Für die nächste PSN Kartenverlosung Und am Ende des Livestreams Werde ich dann den Gewinner anschreiben Auf Instagram Und ja Natürlich danke Danke auch an jeden Einzelnen Der hier auch donatet Und so Das ist natürlich auch Sehr sehr korrekt von euch Und falls ihr Wir machen auch direkt Die nächste Verlosung Leute Wenn ihr euch in Raid Shadow Legends Registriert habt Und eine Transaktion macht Also euch das Starter Paket kaufen würdet Dann bekommt ihr nämlich Sofort die nächste Verlosung Und weil wir jetzt schon ein bisschen Weniger Zuschauer sind Als vor einer Stunde Äh Ist die Wahrscheinlichkeit Auch höher Dass ihr gewinnt Deswegen Leute Macht gerne aktiv mit So Ach Nice Aber warum kriegen wir Nur einen Stern Das frage ich mich gerade Warum kriege ich nur einen Stern Für die Kampfleistung So Äh Körs Köröndix Danke für zwei Euro Im Superchat Ah So Der Hund braucht noch mal Ein bisschen Angriff Kann er das nicht ausrüsten Doch So Okay Okay Er hat jetzt einen Bonus bekommen Wir können das noch mal Ein bisschen Verbessern Ach Mann So Das nächste auch noch Verbessern Yes Okay Monatspaket Nee Nee Danke Minimixpaket 21 Oh Leute Es fehlen nur noch sechs Stück Es fehlen nur noch sechs Stück Gerade Und ich bin jetzt auf Level 11 Ich möchte noch Level 13 erreichen Damit ich einen Clan gründen kann Wo ihr beitreten könnt Das möchte ich noch machen So Die sehen schon ein bisschen stärker aus Es wird langsam immer schwerer Es wird langsam immer schwerer Assam Ich bin wieder da Willkommen zurück im Stream Boah Bruder Komm jetzt machen wir die aber fertig Let's go Okay Eieieiei Komm schon Ja Die macht richtig Schaden Die macht richtig Schaden CallsRundix Danke für 5 Euro Im Super Chat Vielen Dank So Davor haben wir jetzt zwei Sterne bekommen So Haben wir jetzt noch mal ein bisschen Stärke för Santo Champions. Ei. Oh. Okay. Der hat noch keinen Panzer. Kann ich den ausrüsten? Der hat keinen, ne? Yes. So. Dann geht's auch weiter. Wie viele Kapitel gibt's eigentlich? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Leute, 12. Uff. Okay. Ich weiß, ich kenne mich auch nicht aus, ob ich gerade einen Typenvorteil hab. Ich kenne mich da leider gerade aktuell nicht aus. So. Alter. Wir setzen den jetzt ordentlich zu. Aber es wird schwerer. Es wird auch gerade ein bisschen schwerer. Es wird immer schwerer momentan. So. Ja, der Hund macht jetzt nicht den größten Schaden mehr. Der Hund macht jetzt nicht mal den größten Schaden. Oh, Level ab, Leute. Klassik-Arena freigeschaltet. Kämpfe gegen andere Spieler. Ja. Ja. Gebt mir her. Gebt mir her. Ich kämpfe jetzt. Mach ich, mach ich. Mach ich. Defensiv-Arena. Speichern. Schlacht. Komm. Easy. Leute, easy. Pass mal auf. Wir werden jetzt... Freunde, der Kampf ging sechs Sekunden. Der Kampf ging sechs Sekunden. Oh mein Gott. Ich hätte mir nicht den aussuchen sollen. Guck mal, wir nehmen jetzt den. Pass mal auf. So. Jetzt passt mal auf, Leute. Boom. Bam. So muss das sein, Leute. Das war doch einfach. Das war vier Sekunden. Haben wir geschafft. So. Können wir es gegen die aufnehmen? Also, ich sehe gerade, was... Guck mal, die hat einen Level 40er. Ich weiß nicht, ob wir es gegen die Level 40er erschaffen können. Das ist die Frage. Wenn und bis 88. Danke nochmal. Nochmal gönnen. Jeden Tag deine Videos. Einfach nice. Vielen Dank, Bruder. Vielen, vielen Dank. Oh, das ist so knapp. Nee, nein, das ist überhaupt nicht knapp. Kannste vergessen. Kannste in die Tronde. Nein, bloß nicht runter ranken. Bloß nicht runter ranken. Nein, 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 nein. Bloß nicht runter ranken. Also, also, boah. Ganz knappe Sache, Leute. Ganz knappe Sache. Ich glaube, wir gehen weiter erstmal hier. Wir müssen erstmal weiter gewinnen. Ah, ich weiß jetzt, wofür man drei Sterne kriegt. Ich glaube, das hängt von der Gesundheit ab, die uns übrig bleibt. Oder nach den... Da standen ja die Kriterien, die man braucht für drei Sterne. So. Ah, die sind schon... Oh. Warum ist denn der so stark? Yes. Alter, das ist erst Runde zwei. Warum tun wir uns so schwer? Nein. Komm. 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 Komm schon, ey. Also, das ist ja machbar, auf jeden Fall. Zwei Sterne, okay. Jetzt würde ich gerne aber mal wissen, wo... Ich glaube, wir haben einen Splitter, ne? Ja, können wir benutzen. Jetzt würde ich gerne nochmal wissen, wo... kann... Der ist auf einem Auge blind. Tut mir leid, aber... Nichts gegen dich, Bruder. Aber ich glaube, dass... Wir nicht... Nicht gewinnen können, so. Mit dem. So, guck mal. Äh, mehr als zwei Champions, keine Verluste. Ach so, wenn ich mit zwei Champions... Ah, ich kriege drei Sterne, wenn ich das mit zwei Champions gewinnen würde. Alles klar. Also, wenn ich mit vier Champions kämpfe, kann ich generell nur maximal zwei Sterne. Kriegen. Oh mein, jetzt auch noch Schluck auf. Das gibt's. Warum ist auf dem Titel Siren Head vs. Avengers? Äh, ja, weil wir gegen Siren Head gekämpft haben, mit den Avengers. Aber der Stream ist schon fast drei Stunden lang an. Deswegen, ähm, ja. Das ist ein gesponsorter Livestream für Raid Shadow Legends. Und wir spielen jetzt seit einer Stunde Raid Shadow Legends. Deswegen, ja. Spul gerne zurück, falls du den Teil sehen willst, mit Siren Head gegen die Avengers. War ein unglaublich spannender Livestream. Unglaubliche Spannung. So. Komm, bloß keine Verluste erleiden. Stark, Kollege. 1.000 Damage. 1.000 Damage. Die macht auch so circa. Karl... Karls Röndix. Danke für 1 Euro. Und super Chat, Bro. Dankeschön. So. Ich hoffe, ich hab jetzt soweit fast alle, äh, Ausrüstung. Ja. Hier fehlt noch eins. Nice. Brustpanzer. Ausrüsten. Und natürlich auch verbessern. So. Ich werde jetzt alles verbessern. Wir setzen wirklich voll auf die Champions, die wir gerade haben. Das ist wirklich das Maximum. Auch absolute maximale Kraft. Neue Wettbewerbsposition. 9. Cool. Ich glaub, wir haben passiv was dazu verdient. So. Oh, Leute. Wir haben neue Leute, die jetzt auch in Raid Shadow Legends registrieren. Es fehlen nur noch 5 Stück, Leute. 5 Stück fehlen uns noch. Für die nächste Verlosung. Für die nächste Verlosung fehlen uns noch 5 Stück. So. Also. Wir haben den Champion jetzt sehr gut ausgerüstet. Den haben wir jetzt auch nice ausgerüstet. Der Hund braucht noch ein paar Sachen. Yes. Und Stiefel. Damit machen wir ihn schon mal gut. Stärken. Und sie haben wir auch gemacht. So. Das muss ich mal kurz verbessern. So. Leute. Ihr seht. Immer stärker machen. Immer stärker, stärker, stärker. Jetzt wird es langsam so ein bisschen ernster. Jetzt wird es langsam ein bisschen ernster. Verbesser ich. Okay. Let's go, Alter. Let's go. 0 Uhr, Leute. Frohes Neues. Frohes Neues, Freunde. Ey. Aber ich mach den Stream noch nicht aus. Also macht euch keine Sorgen. Ich spiel noch ein bisschen. Ich will unbedingt noch Level 13 erreichen. Will safe noch Level 13 machen. So. Let's go. Würde ich sagen. Let's go, Bruder. Yo. Boah. Yeah. Party. Das war cringe. Ähm. Okay. Ich würde sagen. Der Hund hat noch kein Brustpanzer. Aber unsere Teamstärke ist schon über 10.000. Alleine mit den vier Champions. So. Ich glaube, das ist der nächste Kampf. Boah. Boah. Yo. Alter, ist der stark. Yo. Der ist gerade wirklich viel stärker geworden als vorher. Es regt mich nur auf, dass sie die ganze Zeit Defense-Attacken benutzt. Sie hat, sie macht einfach 3000 Damage. Wenn sie einfach nur anfangen würde, die ganze Zeit offensiv zu spielen und aufhört, die ganzen Leute zu heilen, aber der Hund darf nicht drauf gehen. Der Hund darf nicht drauf gehen. Nein. Ey. Ich werde es dir jetzt so heimzahlen. Pass mal auf, was die jetzt mit Level 17 macht mit dir. Bam. 5.700 damage. Das war ja lustig. Der hat die jetzt selbst rumgestimmt. Einen Stern, weil wir haben jetzt leider einen Verlust erlitten. Aber wir haben ein Buch, das zum Leveln auf jeden Fall bringt. Und deswegen gehen wir jetzt zu unserem Champion. Und ich würde sagen... So. Eine neue Herausforderung haben wir abgeschlossen. Nochmal ein paar Silber. Und jetzt... Ich glaube, das war in der Taverne, nicht wahr? Wir müssen dazu in die Taverne gehen. Oder komm. Der Hund braucht auf jeden Fall eine Verbesserung. Ja. Jetzt ist er Level 15. Angriff ist ein bisschen besser geworden. Aber noch nicht so unglaublich hoch. So. Schaden plus 5. Das ist gut. So. Jetzt sind wir nochmal besser geworden. So, Leute. Kapitel 4. Let's go. Wir sind jetzt soweit. Bald auf Level 13. So. Kann ich ihren Kampfstil anpassen? Ich halte sie mal gedrückt. Dunkel Elfen. Wenn ich ihre Attacken anpassen könnte, dann wäre das nice. Sprich mal polnisch. Danke sehr für alle Brüder, die sich installieren. Raid Shadow Legends. Das ist der Link. Wie ist das? Wie ist das? In der Beschreibung. Leute. Raid Shadow Legends. Genau. Ich glaube, uns fehlen nur noch vier Stück, oder? Vier Stück, Leute. Vier Leute, die das Tutorial noch abschließen. Lasst uns die 130 Downloads noch packen zusammen. Oh, wir haben jetzt noch einen. Es fehlen noch drei. Es fehlen noch drei. Fehlen nur noch drei, Leute. Boom, Alter. 5000 Damage. Das war gut. Das war sehr gut. Was für einen Rang haben wir jetzt? Rang 12. Wir sind ganz kurz vor Rang. Ah, warte. Ich habe hier irgendwas. Ah, okay. Okay. So. Wir sind ganz kurz erstens vor den 130 Downloads und ganz kurz vor den nächsten Level, wo ich jetzt endlich meine eigene Gilde gründen kann. Und da könnt ihr dann theoretisch beitreten, Leute, wenn ihr die einfach sucht. Dann warte ich auf euch. Dann könnt ihr gerne mitspielen, damit wir stärker werden. Yes, come on. Yes. Die sind schon stark. Aber der Hund ist schon Level 16, ne? Der ist schon ordentlich. 5000 Damage. Boah. Nein, der lebt noch. Komm. Yes. Oh, oh. Das ist Runde 3. Aber der hat sie jetzt richtig genommen. Der hat sie jetzt richtig auseinandergenommen. Bam. Nächster. Bam. Nächster. Bam. Und dann der letzte. Bam. Level 13, Leute. Jetzt können wir... Großer Saal. Schalte mächtige Boni frei. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hin. So. Verbessern wir doch mal von... Äh... Ich habe leider keine... Ja. Da fehlen mir Medaillen. Medaillen. Da muss ich in die Arena. Okay. So. Ich glaube, das war... Wo war das nochmal? Taverne Clans, ne? Clan erstellen. So. Wir nehmen jetzt einfach Clan... ID. Zock. Clan Tag. ID. ID einfach. Ah, nee. Clan Tag. ID. Crew. ID. IDZ. IDZ. ID21. Oh. ID. Zock. Äh... ID. ID. Warum ist da alles vergeben, ey? Vielleicht ist das hier vergeben, ne? Der Clan-Name. IDZock1... 21. ID. Oh, Mensch. ID. ID OG. Ey, das kann doch nicht sein. Warum sind die alle vergeben? Die ganzen Clan-Tags. Mann. IDZock... Beste... 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 Clan. IDZock Beste Clan. ID... Keine Ahnung. Äh... 1-1. Ja! Okay. ID 1-1, Leute. Clan gegründet. IDZock Beste Clan. ID 1-1. ID 11. Ihr könnt beitreten, Leute. Ihr könnt jetzt gerne beitreten, wenn ihr wollt. Tret meiner Clan bei. Und, äh... Tretet gerne bei. So, jetzt will ich aber sagen, let's go. Noch weiter geht's. Come on, man. Come on, man. Leute. Leute, sind noch drei Downloads. Lasst uns das zusammen schaffen. Wir brauchen noch drei Downloads. Für die... Ähm... Für den nächsten Meilenstein. Und für die letzte Verlosung des heutigen Videos. So. Vielleicht IDVB. Ne, wir haben jetzt ID 11. ID 1-1 haben wir jetzt. So. Wird jetzt ein bisschen schwerer. Okay. Komm schon. Mh-mh. Okay. Let's go. Oh, wir haben einen weiteren, äh... Mitglied. Fehlen noch zwei Leute. Zwei Leute. Die noch das Spiel sich über den Link runterladen sollen. In der Beschreibung. Oder wenn sie Ausrufezeichen Raid reinschreiben. Und das fünfminütige Tutorial durchspielen. Ganz wichtig. Das fünfminütige Tutorial muss durchgespielt werden. Und es ist ein paar Minuten Verzögerung. Deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt, Leute. Supportet ihr mich. Die besten Leute. Supporten mich gerne. So, und, äh... Ja. Es fehlen nur noch zwei Stück. Let's go. Let's go. Ich sehe so langsam, aber sicher, ähm... Wird das jetzt ein bisschen knapper. Es wird jetzt tatsächlich ein bisschen knapper jetzt. Wir versuchen es aber durchgängig doch noch zu schaffen. Komm schon. Yes. Letzte Runde. Level 17er. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, was die, ähm... Bezeichnung zeigt. Das sind, glaube ich, die Seltenheiten. Das ist, glaube ich, die Seltenheit. Ich schwöre, du bist der krasseste Dankeschön, Mohamed. Yes, komm. Bist du ausgetrunken? Ja, Leute. Imbanato leer. Okay, weiter geht's. Boah. Wenn er diesen Angriff macht, ne? Wenn er diesen Angriff macht, Leute. Das ist zu heftig. Das ist zu heftig. Das ist einfach zu krass. Ah. Hat er jetzt aber nicht mehr rausgehauen. Boah. Ich gehe da ab, Alter. Hm. Yes. Jawohl. Alter, ich weiß gerade gar nicht, was passiert. Wisst ihr gerade, was passiert? Wie lange wird das streamen? Und dauern noch ein paar Minuten, Leute. Ich will diese Welt hier noch durchspülen. Aber wir haben einen verloren. Boah, das war knapp. Das war sehr knapp, ne? Das war jetzt aber mehr als knapp. Der Hund braucht einen neuen Panzer. Und den verbessere ich dann auch noch. Puh. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Abschnitt sechs. Leute, es sind noch zwei Kämpfe. Es sind noch zwei Kämpfe. So. Boah, siehst du? Er hat's wieder gemacht. Er hat's wieder gemacht. Yes, come on. Ja. Ja. Yes. Okay. Runde zwei. Es wird es... Also, wir sind noch gut aufgestellt. Er hat's wieder getan. Er hat's schon wieder den... den richtig heftigen... Smash... wie man's nennt. Bash reingetan. Curls Röndings. Ich grüße dich persönlich. Ja. Ja. Mann, ich hasse das. Wenn du immer so ganz wenig KP noch übrig hast. Wer kennt's nicht? Wer kennt das nicht? Wenn es so ganz wenig übrig ist. Denkst du, Bruder, komm. Diesen einen KP könntest du vielleicht noch abziehen. Wir haben einfach einen verloren. Mein Typ ist einfach down. Nein, der Hund ist auch noch down. Okay. Jetzt wird's langsam heftig, Leute. Das ist jetzt der finale Kampf. Ich hoffe, ihr seid gerüstet. Komm schon. Wir ziehen's durch. Oh mein Gott. Level 17 ist schon nicht mehr zu spaßen. Damit ist nicht mehr so zu spaßen. Okay. 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 Das war noch ganz easy. Jetzt ist Level 18er schon. Die werden nicht mehr so einfach sein. Mhm. Okay. Danach kommt der Boss. Jetzt kommt gleich der Boss. Wir sind zu viert. Wir sind ein bisschen geschwächt. Oh mein Gott. Das ist dieser Riesendrache. Okay. Komm, Bruder. Komm. Komm, Bruder. Oh, yo. Alter, komm schon. Jetzt, komm. Alter, jetzt, komm. Mach den Finisher. Komm, mach ihn. Mach ihn. Jetzt noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm. Komm, 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 komm. Yes, Leute. Alter. Wir haben das Ding jetzt geschafft. Wir haben das Ding jetzt geschafft, Leute. Oh, wir haben eine neue Donation. Venombeast 88, haut nochmal 1,87 Euro raus. Vielen Dank, Bruder. Zwei Sterne, ey. Wir haben zum Glück nicht mal einen verloren. Boah, Leute. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich sagen. Es hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht. Das sage ich nicht, weil das hier ein bezahlter Livestream ist. Das sage ich wirklich nicht, Leute. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht, Leute. Ich habe gesehen, wie meine Charaktere immer besser geworden sind. Und habe noch hier ein bisschen geupgradet. Waren noch spannende Kämpfe dabei. Und vor allem auch dieser eine Multiplayer-Kampf. Der war halt, ähm... Ja, wie soll ich sagen? Der war halt absolut, äh, komplett schwer. Musst du morgen arbeiten? Ähm, Bruder, ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber ich mache YouTube hauptberuflich. Das ist mein Job. Oh mein Gott, Leute. Es fehlt noch ein Download. Es fehlt noch ein Download. Bei 130 gibt es die nächste Verlosung. Noch ein Raid Shadow Legends Warrior fehlt. Leute, falls du das noch nicht runtergeladen hast, ladest du jetzt runter, jetzt noch ein Download, der das 5-minütige Tutorial durchspielt. Dann haben wir die 130 und dann gibt es die Verlosung, Leute. Ihr wollt die 10-Euro-PSN-Kartenverlosung. Ihr wollt es, Leute. Komm schon. Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Komm schon. Freunde, einen brauchen wir noch. Link in der Beschreibung dazu. Runterladen, registrieren und einmal das Tutorial durchspielen. Also 5 Minuten circa geht das, Leute. Einfach durchklicken, durchklicken, durchklicken. Einfach automatisch durchlaufen lassen. Und dann habt ihr das Tutorial durchgespielt. Lasst uns diesen einen Download noch schaffen, Leute. Bis wir diesen Stream beenden. Lasst uns das noch schaffen. Ich werde hier jetzt noch einen beschwören. Und wenn da nichts Gutes ist. So, was ist drin? Das ist ein gewöhnlicher. Das ist ein ganz gewöhnlicher. Das ist ein ganz normaler. Ein ganz normaler. Ein ganz ruhiger. So, ein paar Champions haben wir schon. Ein paar Champions haben wir schon, Leute. Und vor allem hier, ich kann so Perks. Ich kann hier noch Sachen freischalten. Aber ich habe keine Schriftrollen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Wie du die Champions verbessern kannst. So viele Möglichkeiten. Richtig viele Möglichkeiten. Den Markt schaltet man frei. Was ist denn das? Mine. Juwelenmine. Oh, kann ich leider nicht rein. Ich habe dafür leider zu wenig Juwelen. Let's go, Leute. Einer noch. Einer noch. Komm schon. ID abgehoben. Just kidding. So, Leute. Können wir einmal online spielen. Ich weiß leider nicht genau, wie das geht. Ich habe generell nicht so schwache, nicht so starke Helden. Aber du kannst gerne meiner Crew beitreten. Meinem Clan. Hier. ID11. IDZOK. Beste Clan. IDZOK. Beste Clan. So. Karl Röndix. Danke nochmal für eine Eure im Superchat, Bruder. Vielen Dank. Ich wollte mir jetzt eigentlich die Avengers vs. Siren angucken. Ist es schon vorbei? Ja, Bruder. Es ist vorbei. Die ersten zwei Stunden des Streams haben wir das gemacht. Ultra spannend. Wirklich. Bruder. Gönn dir das nochmal später. Der Livestream bleibt auf jeden Fall online. Du kannst es dir gerne jederzeit anschauen. Das komplette Video. Den dreieinhalb Stunden Stream, den wir gemacht haben bis jetzt. Ähm. Jo. Leute. Wir brauchen nur noch diesen einen Download. Es ist halt leider ein paar Minuten verzögert. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt zwei gleichzeitig auf einmal kommen oder zehn gleichzeitig auf einmal. Aber wir werden jetzt noch einen Kampf machen. Und wenn dann keiner kommt, Leute, dann werden wir leider die PSN-Kartenverlosung nicht machen. So. Deswegen. Auf Support brauche ich euren Support. Let's go. Wir gehen jetzt in einen Dungeon rein. Und da holen wir uns mal... Ja. Holen wir uns mal hier Abschnitt 2. Okay. Rein geht's. Rein geht's da. Oh mein Gott. Er hat es wieder gemacht. Jetzt merke ich, wie stark unsere Helden sind. Jetzt merke ich, wie stark die sind. Die sind richtig stark. Okay. Hm? Alter. Es passiert so viel. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Hauptsache meine Helden schlagen sich gut. Und das ist jetzt der finale Boss. Ah, die ist schon ein bisschen geschwächt, oder? Ein bisschen geschwächt in den Kampf reingekommen. So. Let's go. Let's go, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Freunde. 130. 130. Es wird die Verlosung geben, Leute. Es wird jetzt die Verlosung geben. Und es kommt noch einer. Es kommt noch einer. Jetzt geht's aber richtig los, Bruder. Ich hab's doch gesagt. Es kommen alle auf einmal. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Wir haben 131, Leute. Das heißt, wir machen eine weitere PSN-Kartenverlosung. Ihr wisst Bescheid. Wir machen eine weitere Verlosung jetzt. So. Let's go. Und jetzt sind wir Fraktionskriege freigeschaltet. Nice. Let's go, Alter. So. Okay. Wie versprochen, Freunde, werde ich jetzt die letzte PSN-Kartenverlosung machen. So. Timer auf eine Minute. So. Eine Minute Timer noch, Leute. Eine Minute. Schreibt jetzt Hashtag Raid und euren Instagram-Namen in den Live-Chat. Wie gesagt, das ist jetzt die letzte Chance, Leute, eine PSN-Karte zu gewinnen. Danach werde ich den Stream beenden. Also. Wenn ihr diesen Kanal auch noch nicht abonniert habt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da. Denn dieses Gewinnspiel ist natürlich auch für meine Abonnenten ganz wichtig zu wissen. Und wir haben jetzt noch 37 Sekunden. Leute, der Timer läuft. Ihr wisst Bescheid. Let's go, Alter. 32. 31. 30. Und so weiter. Ach. 27. 26. 25. Let's go, Alter. Ich will sehen, dass ihr im Chat nochmal richtig final eskaliert. Nochmal ganz zum Schluss eskaliert, Freunde. Nochmal ganz zum Schluss. Noch 15 Sekunden, Digga. Noch 15 Sekunden. Nicht mehr viel übrig. Okay, okay. Und? So. Bam. Und der Gewinner. Der Letzten. Ah. Ronald McDonald. Du hast leider kein Hashtag Raid geschrieben und dein Instagram nicht. Also muss ich den dann darunter nehmen. Banana-de. Und zwar Schreiber-Niklas hat die letzte PSN-Karte gewonnen. Hier seht ihr es nochmal. Banana.de Schreiber-Niklas Du hast die 10 Euro PSN-Karte gewonnen. Leute, in dem Sinne würde ich sagen wir beenden jetzt den heutigen Livestream. Ich bedanke mich, dass ihr alle dabei gewesen seid. Auch danke an jeden, der sich Raid Shadow Legends über den Link in der Beschreibung runtergeladen hat. Ihr könnt es natürlich jetzt auch noch weiterhin tun. Damit supportet ihr meinen Kanal, Leute. Wir haben die 200 leider nicht geschafft, aber wir haben dennoch ziemlich coole Meilensteine erreicht und ja, deswegen die PSN-Karten werde ich jetzt auf jeden Fall rausschicken oder ihr wollt halt eine Amazon-Giftkarte und falls ihr auf jeden Fall Bock habt, dass ich wieder mehr Livestreams mache, dann sagt es gerne in die Kommentare oder im Live-Chat. Ich bedanke mich an jeden, der heute dabei gewesen ist. Es war wirklich ein sehr, sehr cooler Livestream und auch ganz großes Dank geht natürlich auch an Raid Shadow Legends für das Sponsoring dieses Videos, für die Unterstützung und ohne euch wäre das Ganze natürlich nicht möglich gewesen. Ihr macht es möglich, Leute, dass ich das tun darf, was ich liebe und dass ich mir halt das so einteilen darf, wie ich möchte und dass ihr auch so Kampagnen ermöglicht. Deswegen ganz großes Kuss geht raus an alle jetzt, die noch da sind, alle 570 Zuschauer, Leute, ihr seid echt noch die aller, aller, aller treuesten Fans und ja, VenomBeast88, ich wünsche dir auch gute Nacht, danke für deinen Support. Leute, in dem Sinne, folgt mir gerne natürlich auch noch auf Instagram, hier könnt ihr es unten eingeblendet sehen, einfach ID-Zock folgen, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst gerne kostenlos ein Abo da. Ich bin völlig fertig, wir haben jetzt 0,24 und auch dank des Embanators, Leute, könnt ihr auch alles, alle meine Sponsoren, das ist in der Beschreibung verlinkt, Raid Shadow Legends, der Embanator, Loot4Games, alle Sponsoren gerne auschecken und wir haben jetzt auch noch einen weiteren Raid Shadow Legends Warrior am Start, also sind wir jetzt bei 132, ihr könnt den Livestream gerne später auch noch anschauen, ich, oh, was geht denn da jetzt so los, 133 haben wir, geht hier auf jeden Fall jetzt immer weiter, deswegen Leute, ich würde sagen, wir beenden diesen Livestream, ich bedanke mich, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ID-Zock ist raus, haut rein, Freunde, wir sehen uns übermorgen zu einem neuen Video, ich weiß nicht, ob Montag was kommt, deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen, ID-Zock ist raus, haut rein, Freunde und ciao, ciao.